Du weißt, man lernt nie aus. Ja, da kommt Freude auf. Blippi! Huhuhu! Hey! Ich bin's, Blippi. Und seht mal, wo wir sind. Ja, heute sind wir im WiggleWorks Indoor-Spielplatz in Bellevue, Washington. Und ihr und ich werden da drin so viel lernen. Ich freue mich schon riesig aufs Rumtoben und Lernen! Wow! Ich bin so gespannt, was wir lernen werden. Aber das Erste, was wir tun in einem Indoor-Spielplatz, ist... Ja! Wir ziehen unsere Schuhe aus. Also, ein Schuh, zwei Schuhe. Okay, ihr bleibt hier. Wir stellen euch hier hin. Wow! Unglaublich, dieser Raum. Der Spielplatz ist abgefahren. Kommt mit! Wow! Als stünde ich auf dem Wasser! Wow! Wee! Wow! Hey! Kommt mit hier rüber! Kennt ihr das schon? Das ist ein gigantisches Klettergerüst! Wow! Wow! Yeah! Hallo! Hey! 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 Babyhund! Ja! Seht! Es ist ein Babyhund! Welche Farbe hat denn der Babyhund? Wow! Dieser Babyhund hat die Farbe blau! Oh! Hier haben wir ja noch einen! Oh! Hallo! Welche Farbe hat dieser Babyhund? Hey! Genau! Dieser Babyhund hier hat die Farbe weiß! Wow! 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 Lasst uns dieses abgefahrene Gerät mal genauer ansehen! Welche Farbe hat dieser Haltegriff, an dem ihr euch festhaltet, um hochzukommen? Seht! Wow! Wow! Whoa! Hey! Haha! Okay! Zurück zum Griff! Welche Farbe hat er denn? Ja! Er hat die Farbe grün! Wow! Wow! Fällt euch noch etwas ein, das grün ist? Ja, vielleicht etwas, das auf dem Boden wächst? Vielleicht in eurem Vorgarten oder im Park? Ja, krass, hat die Farbe grün. Wow, seht ihr diesen Handgriff hier rechts? Wow, ja, dieser Griff hier hat eine andere Farbe. Oh, er ist richtig fest und stabil. So kann ich sicher nach oben klettern. Wow, aber dieser Griff hat eine andere Farbe. Und welche ist das? Ja, es ist die Farbe blau. Fällt euch irgendwas ein, das auch oft blau ist? Ja, manchmal schwimmen wir darin. Vielleicht ist es etwas, was ihr trinkt? Ja, Wasser hat die Farbe blau. Aha, farblos eigentlich. Aber ja, man sagt ja oft, es hat die Farbe blau. Aha, wuhu, kommt mit. Es geht los. Oho, das ist spitze. Okay, es dreht sich im Kreis herum. Ja, hey, seht mal dort. Welche Farben haben diese kleinen Tierchen? Hm, mal sehen. Dieses hier. Ja, hat die Farbe pink. Hey, wow. Pink ist so eine hübsche Farbe. Also, ich mag die Farbe pink. Wow. Und seht mal das hier. Wow. Es ist irgendwie grün, aber es ist auch irgendwie gelblich. Hey, grün und gelb. So was nennt man ein Muster. Habt ihr das denn gesehen? Ja. Erst kommt gelbliches Grün, dann pink. Und wieder gelbliches Grün, dann pink. Was glaubt ihr, was die nächste Farbe ist? Ja, gelbliches Grün. Und dann, was kommt als nächstes? Ja, pink. Erst gelbliches Grün, dann pink. Wieder gelbliches Grün, dann pink. Wuhu, das ist klasse. Weiter geht's. Yeah. Seht mal die Form, in der ich bin. Wow. Sieht es nicht irgendwie wie ein Haus aus? Yeah. Es ist hausförmig. Wow. Seht euch den Raum an. Wow, das ist ja wie in einer Höhle. Hey, aber es ist schön hell. Yeah. Wow. Was ist das da? Wow. Sag mal, habt ihr mit sowas schon mal gespielt? Das macht richtig Spaß und ist auch herausfordernd. Denn ihr müsst diese Teile herumschieben. Whee. Und hopp. Und einen Looping. Los geht's. Wow. Wow. Whee. Wow. Seht mal hier drüben. Wow. Seht ihr das hier? Es sind viele Hubbel hier drauf. Ganz schön hubbelig. Wow. Hey. Seht hier her. Wow. Welche Form ist das? Ja. Das hier ist ein Kreis. Wow. Und dieser Kreis ist richtig flach. Ja. Und er ist schön glatt. Fühlt doch mal. Wow. Hey. Welche Farbe hat der Kreis? Whee. Ja. Welche Farbe? Wuhu. Yeah. Er hat die Farbe pink. Wow. Seht euch das an. Hallo. Hey. Welche Form ist das? Ja. Das ist auch ein Kreis natürlich. Hahaha. Wuhu. Wow. Haha. Alles klar. Wow. Seht euch das an. Das sind zwei schöne Hügel hier drauf. Wow. Einer ist flacher und einer etwas höher. Und packe ich das hier rüber. Wow. Und jetzt seht. Klein, mittel und groß. Das ist ein großer Hügel. Oder Hubbel. Und hätte ich ein Motorrad. Whee. 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 Wow. Man fliegt echt mega durch die Luft mit diesen Hügeln. Haha. Okay. Lasst uns da lang gehen. Es gibt noch mehr zu entdecken. Wow. Das hier war so ein Spaß. Lernen mit euch ist immer das Beste. Wow. Seht mal den Boden. Welche Farben könnt ihr sehen? Ja. Er ist gelb und blau. Yeah. Wuhu. Hey. Da wir gerade von gelb reden, fallen euch vielleicht ein paar Sachen ein, die die Farbe gelb haben? Ja. Wie wäre es mit der Sonne? Wuhu. Die Sonne hat die Farbe gelb. Aber man sollte nie direkt in die Sonne sehen. Das ist schlecht für die Augen. Hey. Wie wäre es mit einer Blume? Ja. Blumen können gelb sein. Uh. Und Bienen. Ja. Bienen sind gelb und schwarz. Okay. Wie sieht es aus mit blau? Yeah. Ich mag die Farbe blau. Es ist eine meiner zwei Lieblingsfarben. Wuhu. Blau und orange natürlich. Hey. Kennt ihr eine Frucht mit der Farbe blau? Ja. Blaubeeren. Blaubeeren sind so yummy. Hey. Okay. Oh. Wuhu. Hey. Lasst uns was spielen. Wenn eine dieser Farben auf dem Bildschirm erscheint, muss ich auch zu dieser Farbe springen. Aber wir müssen uns ein Tier aussuchen und dann auch so springen. Wie wäre es mit einem Häschen? Nämlich so. Ja. Ich mag Häschen. Ja. Sie lieben Karotten. Und sie lieben das Hüpfen. Okay. Okay. Wie wäre es mit einem Känguru? Ja. Das war eine gute Wahl. Wusstet ihr, dass Kängurus ihre Babys in einem Beutel tragen? Das ist so niedlich. Oder einen Frosch. Das ist auch eine schöne Möglichkeit. Frösche lieben das Leben in Tümpeln. Okay. Wir spielen jetzt Kängurus und machen uns bereit zum Springen. Okay. Ja. Ich bin auf gelb. Oh. Blau. Wow. Das ist so anstrengend, so zu tun, als wäre ich ein Känguru. Okay. Lernen wir weiter. Wow. Seht mal, wie viele Bauklötze ich habe. Zählen wir sie doch mal. Okay. Also, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Klötze. Vier plus vier plus drei, das ergibt elf. Okay. Probieren wir noch was anderes. Ha. Nun haben wir vier plus vier ist acht. Acht plus drei gibt wieder elf. Wow. Und jetzt haben wir genau elf Klötze. Hey. Welche Form haben sie? Ja. Sie haben alle die Form eines Rechtecks. Wow. Hey. Und seht ihr auch mein Mega-Rechteck bestehend aus den kleinen? Ja. Rechteck einmal hier. Und hier die elf kleinen Rechtecke. Wow. Rechtecke sind abgefahren. Wow. Wow. Das ist lustig. Wow. Was ist das? Wow. Was ist das für eine Konstruktion? Wow. 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 Ich zeig's euch. Ich könnte, wenn ich mich drauf setze, eine Runde damit fahren. Oh, das war abgefahren. Seht mal die grüne Form. Was könnt ihr sehen? Wow. Ja, sieht aus, als wär's dreieckig. Wow, ich liebe Formen. Hey, was ist das denn hier? Hierbei denke ich nicht an Formen. Das erinnert mich an etwas Süßes zum Laschen. Ja, ich liebe Süßes. Am besten schmeckt es nach einer großen Portion leckerem Gemüse. Aber hey, an welche Süßigkeit müsst ihr denken, wenn ihr das seht? Ja, das ist eine Zuckerstange. Wow, ich mag Zuckerstangen. Das macht echt so viel Spaß, mit euch zu lernen. Yeah, ich mag, dass wir uns so viel bewegen und dabei noch etwas lernen. Kommt mit. Wow, ein toller Raum. Wow. Und die ganzen Luftballons. Wow. Sie fliegen überall herum. Wow. Hey, ich hab einen. Seht ihr den Ballon in meiner Hand? Ja. Welche Farbe hat dieser Ballon? Ja. Dieser Ballon hat die Farbe Gelb. Wow. Yeah. Wow. So viele Ballons. Ich hab noch einen Ballon gefangen. Wow. Ich hatte einen Ballon. Aber dann hab ich noch einen gefangen. Also eins plus eins. Wow. Verschwinde. Ist zwei. Welche Farbe hat der Ballon? Ja. Dieser Ballon hat die Farbe Blau. Wuhu. Wuhu. Okay. Wow. Ich hab noch einen Ballon gefangen. Jetzt hab ich drei Ballons. Welche Farbe hat mein dritter Ballon? Ja. Dieser Ballon. Ja. Dieser Ballon hat die Farbe Weiß. Zählen wir. Eins plus eins plus eins. Ja. Ist drei. Eins. Zwei. Drei. Wuhu. Yeah. Wow. Das hat echt Spaß gemacht. Mit euch zu lernen. Wow. Wow. Nun. Das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos. Findet ihr dann? Wow. Wenn ihr Blippi eingebt, buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? P-L-I. P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Bis dann. Suchen wir den San Diego Zoo Safari Park in Escondido, Kalifornien. Ja. Hey. Wisst ihr, was eine Safari ist? Ja. Das ist ein Abenteuer, wo man in der Natur ganz viele fantastische Tiere sieht. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, weil heute suchen wir nach einem Schnabeltier. Ja. Ja. Das ist der einzige Ort, an dem man Schnabeltiere sieht, außerhalb Australiens. Ich bin so aufgeregt. Kommt mit. Ich bin so gespannt auf diese Wildtier-Safari. Und wir werden mit diesem super Fahrzeug fahren. Es ist ein Caravan. Es ist ein Caravan. Wow. Caravan. Und unser Tank für Wasser. Wow. Wow. Und seht mal da, die Rückseite des Caravans. Ja. Ja. Genau hier. Wow. Ja. Schaut euch das mal an. Da ist ein Baldachin über unseren Köpfen. Ja. Der hält uns trocken und die Sonne fern. Und so viele Sitze. Wow. Bereit für die Safari. Okay. Gleich geht's los. Du brauchst erst noch deine Safari-Ausrüstung. Sieh mal. Da drüben ist sie. Oh. Seht ihr das? Oh. Eine Safari-Ausrüstung. Wow. Safari-Ausrüstung macht so viel Spaß. Seht hier. Das ist ein Fernglas. Und damit kann man in die Ferne sehen. Wow. Und, ähm, wir haben einen Hut, damit die Sonne uns nicht blendet. Und vergesst nicht viel, Wasser zu trinken. Okay. Jetzt sind wir ausgerüstet und bereit für die Safari. Okay. Du siehst wirklich toll aus. Okay, Karen. Wir sind startklar. Wow. Das wird ein riesengroßer Spaß. Wow. Seht mal da. Seht ihr, was für ein Tier das ist? Wow. Das sind Giraffen. Und die sind so süß. Wow. Es macht super viel Spaß auf der Safari. Dort. Seht ihr die eine Giraffe? Ja. Sie ist sehr klein. Hm. Hm. Marco, warum ist diese Giraffe denn kleiner als die anderen? Weißt du, diese Giraffe, Blippi, ist eines unserer neuesten Babys. Sie ist 16 Tage alt. Wow. Oh, sie ist wirklich ein Baby. Wie groß ist die Giraffe? Oh, weißt du, sie wachsen ihr ganzes Leben lang. Gerade ist sie ungefähr zwei Meter groß, aber wächst noch viel weiter. Sie ist das größte Säugetier auf dem Planeten. Wow. Die Baby-Giraffe ist ein Baby, aber so groß wie ich? Das ist wirklich erstaunlich. Wow. Sie sind so, so schön und so groß. Hey, sieht so aus, als hätten sie kleine Bohnen auf dem Kopf. Sieht fast aus wie Haare? Oder kleine Hörner, was ist das? Ja, man nennt das ein Geweih, weißt du? Ein Geweih? Wow. Das ist ein cooles Wort. Was ist ein Geweih? Oh, es ist sowas wie eine Art Hörner für Giraffen, so ungefähr. Oh, wow. Dieses Geweih ist ziemlich cool. Oh. So cool. Seht ihr, welche Farbe sie haben? Ja, sieht aus, als wären sie goldbraun und weiß. Ja, sie haben ein sehr interessantes Muster überall. Wow. Hm. Hm. Scheint, als hätten Giraffen auch große Ohren. Können sie gut hören? Genau, sie hören sehr gut und ihre Sehstärke ist auch ziemlich toll. Es gibt Traubtiere, wo sie leben, also müssen sie gut aufpassen. Wow, das ist so cool. Sie hören sehr, sehr gut und sehen über die ganze Landschaft. Ich finde, Giraffen sind super toll. Wow. Hallo, Giraffe. Oh. Oh, seht, die Giraffe sieht uns an. Wahrscheinlich überprüft sie uns. Sie sagt, hi, Blippi. Hi. Wow. Sie haben auch einen sehr lustigen Mund. Was frisst eine Giraffe denn so? Oh, sie lieben Blätter und auch Pflanzen. Vor allem wegen ihrem langen Hals. Fressen sie alle Blätter von den Baumkronen. Oh, das macht Sinn. Ja, Giraffen sind sehr groß mit langen Hälsen. Also, fressen sie von hohen Bäumen. Wow. Giraffen sind echt ziemlich super. Hm. Aber sie sind kein Schnabeltier. Hm. Lasst uns weiter nach anderen Tieren Ausschau halten. Und vielleicht finden wir dann ein Schnabeltier. Wow. Ihr glaubt nicht, welche supercoolen Tiere Marco und ich hier gefunden haben. Seht mal. Wow. Seht sie euch an? Welche Tiere sind denn das? Oh, das sind Büschel, Ohr, Oryx. Oh. Büschel, Ohr, Oryx. Von so einem Tier habe ich noch nie gehört. Wow. Seht ihr? Sie haben echt große Hörner auf ihrem Kopf. Fast wie ein Einhorn. Aber anstatt nur einem Horn haben sie eins, zwei Hörner. Wow. Sie sind großartig. Wow. Wow. Und seht. Sie haben lustige Zeichen auf ihrem Gesicht. Ähm. Genau. Ja, richtig. Wir glauben, das hilft ihnen, sich vor Raubtieren zu schützen. Fast so wie eine bleibende Halloween-Maske. Wow. Klingt gruselig. Wow. Wow. Oh, so cool. Und sie sind ziemlich groß. Kann so ein Oryx schnell rennen? Oh ja, sehr schnell. Sie müssen, um vor Raubtieren fliehen zu können. Wow. Eine Oryx-Familie. Wow. Oh, habt ihr gesehen? Ihre Ohren sind so lustig. Sie haben Punkte mitten in ihren Ohren. Wow. Sieht aus wie ein Auge. Sehr gut beobachtet. Wir vermuten, dass sie sie haben, um damit Raubtiere zu verwirren. Dann können sie sie nicht überraschen. Wow. Diese Oryx sind wirklich schlau. Das ist so cool. Oh. Wow. Sie hängen hier ab. Ganz friedlich. Nun, schön, euch kennenzulernen. Hallo. Diese Oryx waren echt interessant. Aber immer noch kein Schnabeltier. Suchen wir weiter. Oh. Hey, Blippi, sieh dir das mal an. Oh, okay. Wow. Seht mal, welche Tiere Marco gefunden hat. Wow. Sie sind so groß. Marco, welche Tiere sind das? Das hier ist ein Breitmaul-Nashorn. Wow. Ein Breitmaul-Nashorn. Seht ihr das? Seht. Sie haben echt große Hörner. Wow. Warum haben die Nashörner so ein großes Horn? Sie helfen ihnen, sich selbst zu schützen in ihrer Heimat Afrika gegen all die Raubtiere dort. Wow. Sie sind so cool und so groß. Oh. Und seht ihr? Sie haben ganz klitzekleine Augen. Aber dafür sehr große Nasen. Ich wette, das heißt bestimmt, sie können sehr gut riechen. Ja, du hast absolut recht, Blippi. Das hast du gut beobachtet. Diese Tiere haben einen guten Geruchssinn. Sehr gut hören können sie auch. Siehst du, wie sie ihre Ohren bewegen können? Damit hören sie, was um sie herum passiert. Wow. Das ist so toll. Ihre Ohren sind so flauschig. Wow. Und seht ihr die kleinen Haare und flauschigen Teile? Nashörner sind so süß. Oh. Und so hungrig. Oh. Essen sie denn gerne noch etwas anderes außer Heu? Sie lieben alle möglichen Arten von Pflanzen. Sie lieben Gras. Diese Kerle wiegen um die 1800 Kilo, manchmal sogar mehr. Sie müssen also viel fressen. Wow. 1800 Kilo? Das ist echt viel Heu. Hey. Wow. Sie fressen echt gerne. Ja. Und sie sind wirklich groß. Hey. Und wisst ihr, welche Farbe sie haben? Ja. Die Farbe ist grau. Ich glaube, sie bleiben kühl, weil, naja, ist da Dreck auf ihren Rücken? Absolut richtig. Sie lieben es, sich darin zu wälzen. Wenn Schlamm auf ihren Rücken kommt, wirkt das wie ein Sonnenschutz. Genau wie dein Safari-Hut. Sie brauchen keinen Hut, sie haben Schlamm. Wow. Das ist so toll. Ja. Sie wälzen sich im Schlamm, um sich abzukühlen. Ja. Der Schlamm und Staub auf ihren Rücken ist fast wie mein offizieller Safari-Hut. Wow. Nun, lass uns noch ein paar andere Tiere besuchen. Klar, machen wir. Nashörner sind keine Schnabeltiere. Danke, Marco, für diese großartige Safari. Sehr gerne. Sehen wir uns noch mehr Tiere an. Okay, los geht's. Ein Schnabeltier zu finden ist harte Arbeit. Ich bin so schnell gelaufen. Hey, wisst ihr, welche Tiere auch super schnell laufen können? Ja, ein Gepard kann richtig schnell laufen. Sie sind die schnellsten Tiere an Land und sie laufen bis zu 110 Kilometer pro Stunde. Und erreichen 65 Kilometer pro Stunde in drei Schritten. Wow. Hey, ich hab ne Idee. Wie wär's, wenn ich und der Gepard um die Wette rennen? Ja, mal sehen, wer das Rennen gewinnt. Habt ihr gesehen, wie schnell der Gepard war? Oh, echt unglaublich. Nun, suchen wir lieber weiter nach dem Schnabeltier. Ich freu mich so sehr, eine Schlange zu sehen. Was ist das für eine Schlange? Das ist eine dunkle Tigerpython. Wow. Oh, die Tigerpython ist so groß. Wow. Wie heißt sie denn? Ja, das ist Julius Squeezer. Julius Squeezer? So lustig. Ein cooler Name. Wow. Die Schlange ist der Wahnsinn. Und seht, sie hat ein echt schönes Muster. Mit all den unterschiedlichen Brauntönen und auch Weiß und Gold. Warum hat sie diese Farben? Nun, die Farbe hilft ihr, ihr Futter zu fangen. Wir nennen das einen Lauerjäger, denn genau das tut sie. Sie verkriecht sich, tarnt sich mit Laub und wartet, bis jemand Leckeres vorbeikommt und schnappt ihn sich dann als Snack. Wow, das ist so cool. Julius Squeezer. Wie geht's dir? Hallo. Wow. Hey, sieht aus, als würde er uns ansehen. Wow, er streckt ständig seine Zunge raus. Wieso macht Julius Squeezer das? Ja, weißt du, er schmeckt so die Luft. Sieh nur, er hatte ein Organ in seinem Mund, das Jakobsson-Organ. Es hilft ihm, seine Beute aufzuspüren. Er riecht Duftpartikel in der Luft und findet so seine Beute. Wow, das ist wirklich super. Es wäre schon komisch, wenn ich die ganze Zeit meine Zunge rausstrecken würde. Ich bin keine Schlange. Wow. Aber diese Schlange ist so cool. Hm. Was für eine Schlange ist das noch gleich? Eine Tiger-Python. Und weißt du, da ist ein Unterschied zwischen der Python und der Boa. Manchmal werden sie verwechselt. Oh, ja. Ja. Python und Boa. Hm. Was ist der Unterschied zwischen Python und Boa? Oh, gute Frage, Blippi. Weißt du, Pythons findet man generell in der Alten Welt, also Asien, Afrika, Australien. Und sie legen Eier. Nun, die Boa findet man in der Alten und der Neuen Welt. Aber Boas hingegen tragen ihre Eier in ihrem Körper aus. Viele nennen das Lebensgeburt, aber in Wirklichkeit tragen sie nur ihre Eier innen. Wow. 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 Julius Squeezer ist so freundlich. Er sagt immer Hallo. Wow. Schlangen sind so super. Sie können sich toll bewegen, obwohl sie keine Arme oder Beine haben. Ja. Wow. Hallo. 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 Ich würde dich gerne umarmen, aber ich glaube, er kann ziemlich fest zudrücken. Das kann er, ja. Dieses Raubtier ist eine Würgeschlange. Sie hält ihre Beute fest. Super, super eng. Und das ist wirklich eine sehr wichtige Sache, Blippi. Weißt du, dieses Tier, äh, Julius ist ein Botschafter. Er vertritt seine Geschwister aus der Wildnis. Die Kinder da draußen sollen wissen, dass man wilde Schlangen anders behandeln muss. Wir sind alle Profis hier im Safari Park. Ja, man darf also eine Schlange wie diese nicht ohne einen professionellen Wildtierpfleger anfassen. Wie mein Freund Marco. Wow. Er ist wirklich wunderschön. Wow. Hallo. Äh, er scheint meinen Schuh zu mögen. Ja. Es ist auch ein sehr schöner Schuh. Wow. Nun, vielen Dank fürs Hallo sagen, Julius Squeezer. Bye. Hey. Welche Tiere werden wir als nächstes sehen? Oh, jetzt sehen wir uns einen meiner Lieblingsvögel an. Das schnellste Tier auf der Erde. Oh, das schnellste Tier des Planeten? Oh, ich kann's kaum erwarten. Okay, gehen wir los, ja? Bye, bye. Wow. Ich freue mich schon riesig, den nächsten Tierbotschafter zu treffen. Wir haben schon so tolle Tiere gesehen. Und welches Tier kommt jetzt? Eines meiner Liebsten. Er heißt Nelson. Er ist ein Lannerfalke. Oh, Nelson. Und er ist ein Falke. Wow. Fliegt er hoch oben in der Luft und ist ziemlich schnell? Oh, sehr schnell. Sie halten den Rekord als schnellste Tiere des Planeten mit über 300 Kilometer pro Stunde. Und heute erleben wir zusammen einen Jagdflug. Wow. Ich bin schon gespannt auf den Jagdflug. 300 Kilometer pro Stunde? Das ist schneller als ein Auto. Okay. Ich glaube, wir sind bereit für den Jagdflug. Sehr schön. Okay. Haltet alle Ausschau nach Nelson. Das ist so aufregend. Wow. Seht. Marco schleudert ein Stück Fleisch herum. Seht. Okay. Nelson, guter Junge. Gut. Gut. Wow. Habt ihr das gesehen? Nelson hat das Fleisch gefangen in der Luft. Oh, das war hammermäßig. Hey, gehen wir etwas näher ran. Kommt. Wow. Ich freue mich schon so, Nelson von Nahem zu sehen. Vögel sind ziemlich cool. Und dieser Vogel hat so viel Kraft und ist so schnell. Oh. So wunderschön. Nun, jetzt gerade warten wir noch, bis Nelson seine Mahlzeit beendet hat. Aber wir werden ihn ganz bald sehen. Oh. Seht. Ja. Er sitzt auf Marcos Handschuh. Ja. Der Handschuh schützt seine Hand. Weil Nelson hat wirklich scharfe, kräftige Krallen. Oh. Wow. Seht. Marco kommt zu uns. Sagen wir ihm Hallo. Aber vorsichtig. Wir dürfen ihn nicht erschrecken. Nein. Hi. Er ist gerade noch auf, siehst du. Wow. Ich bringe ihn ein bisschen näher zu dir. Das war nur ein Beispiel für einen tollen Jagdflug, den sie in der Wildnis machen. Oh. Wow. Nelson ist ein wirklich toller Vogel. Oh. Er ist so wunderschön. Seine Augen sind so groß. Kann er sehr gut sehen? Oh, sie sehen richtig gut. Sie sehen anderthalb Kilometer weit. Besonders in der Luft ist das ein sehr gutes Werkzeug. Wow. Das ist ein fantastischer Vogel. Nun, lassen wir Nelson besser aufessen, ja? Hey, vielleicht sehen wir noch mehr Vögel. Klingt toll, Blippi. Wir sehen uns dort. Okay, wir sehen uns gleich. Wow. Das war echt mega. Wir haben viele verschiedene Tierbotschafter getroffen. Und jetzt gleich sehen wir noch mehr Vögel. Los, kommt. Wir treffen uns mit Marco. Okay? Los geht's. Wow. Wir suchen immer noch das Schnabbeltier. Aber Nelson ist so ein tolles Tier gewesen. Lasst uns sehen, mit welchen Vögeln Marco noch arbeitet. Oh, hey. Da ist Marco. Hi, Marco. Hi, Blippi. Marco, welche Tiere kannst du uns heute noch zeigen? Ich zeige euch noch einen anderen Raubvogel, so wie Nelson. Aber er jagt auf eine andere Weise. Das zeige ich dir jetzt. Okay. Ich bin so gespannt. Okay, los geht's. Wow. Ich freue mich auf den Vogel. Letztes Stück. Wow. Das war super klasse. Marco, was für ein Tier war denn das? Oh, das war gerade ein Sekretär, genau wie Nelson und Alana Falke. Beide leben in Afrika. Beide sind Raubvögel, aber jagen ganz unterschiedlich. Das wollte ich dir unbedingt zeigen. Nicht nur das, er ist ein ziemlich großer Raubvogel. Raubvögel gibt es in vielen Formen und Größen. Und wir haben noch einen, den ich dir zeigen will. Komm hier hin. Okay. Wow. Welchen Vogel sehen wir wohl jetzt? Der hier war so groß. Hinterher. Hm. Haltet Ausschau nach dem anderen Vogel. Hm. Wow. Seht mal da. Hallo. Hi. Wow. Der letzte Vogel war so groß. Und der sieht aus wie eine winzig kleine Eule. Echt süß. Oh. Was ist das für eine Eule? Man nennt sie Ostkreischeule. Wow. Die Eule ist so winzig. Wer hätt's gedacht? Es gibt also große Vögel und sehr kleine. Wow. Ihre Federn sind so toll und wunderschön. Hm. Diese Federn. Erinnern dir euch an ein Tier, das wir heute gesehen haben? Haha. Ja. Genau wie die Schlange. Ja. Seht. Hm. Diese Eule hat Tarnfedern. Und damit kann sie sich im Baum verstecken. Wow. Wie heißt die Eule? Sie heißt Roo. Wow. Hi Roo. Du bist süß. Wow. Ihre Augen sind sehr groß. Wieso das? Richtig. Sie ist ein nachtaktives Raubtier. Das heißt, sie jagt nur nachts. Deshalb braucht sie diese sehr großen Augäpfel, damit sie nachts sehr gut sehen kann und ihre kleine Beute fangen kann. Wow. Kennt ihr dieses Wort? Nachtaktiv. Das bedeutet, sie sind nicht am Tag wach, so wie wir, sondern sie sind nachts wach. Wow. Echt so unglaublich. Nun, alle Vögel, die wir heute getroffen haben, essen gerne Fleisch. Ähm, fressen alle Vögel Fleisch? Eigentlich nicht, Blippi. Wir haben auch Tiere, die sind alles Fresser. Sie mögen beides gerne Fleisch und Pflanzen. Und wir haben welche, die ich dir gleich zeigen werde. Oh, wow. Das ist klasse. Ein Allesfresser frisst Fleisch wie ein Fleischfresser und Gemüse und Pflanzen wie ein Pflanzenfresser. Oh, das sind echt lange Wörter. Sehen wir uns den Vogel von Marco mal an. Kommt mit. Okay, los geht's. Sieht mal dort. Wow. Seht mal da. Der Vogel ist so groß und so bunt. Wow. Hallo. Wow. Was für ein Vogel ist das? Das ist ein westafrikanischer oder ostafrikanischer Kronenkranich. Das erkennt man an den grauen Bereichen auf ihrem Körper. Wow. Ein westafri... Wow. Warte, sag das bitte noch mal. Ost-Afrika-Nischer-Kronenkranich. Ost-Afrika-Nischer-Kronenkranich. Wow, das ist ein echt langer Name. Aber ein so schöner Vogel verdient einen echt coolen, schönen Namen. Wow. Und was ist das auf ihrem Kopf? Sieht aus wie Stacheln von einem Igel. Ja, weißt du, viele Leute denken das, aber eigentlich sind es sehr eng gewebte Federn. Sie sind also überhaupt nicht scharf. Genau wie bei ihren tollen Flügeln ist jede Feder an unterschiedliche Dinge angepasst. Sie hat Federn zum Fliegen, sie hat Federn, um sich zu wärmen, sie hat sogar Federn, um Partner anzulocken. Diese Federn zeigen uns, dass sie ein erwachsener Kranich ist. Wow, sie ist erwachsen. Wow, hat dieser Kranich eine Familie? Ja, sie hat eine. Das sind sehr soziale Tiere. Sie ist eine Botschafterin, genau wie die anderen Tiere, die wir heute schon gesehen haben. Wir sind Teil ihrer Herde hier in der Vogelabteilung. Durch sie können wir uns mit der Tierwelt verbinden. Wow, diese Vögel sind so klasse. Danke, dass du uns so viele super tolle Tiere gezeigt hast. Danke, Marco. Sehr gern, Blippi. Bis später. Okay. Wow, seht mal, wo wir sind. Sieht aus wie in einem Dschungel. Wow. Hm, ich frag mich, welches Tier hier wohl lebt? Hm, das ist kein Schnabeltier. Wow. Seht ihr, was das für ein Tier ist? Es ist ein Sumatra-Tiger. Hallo. Das sind echt große Katzen, die auch ziemlich stark sind. Unglaublich, ja. Wow. Seht, er kommt hier lang. Hallo. Dieser Tiger hier heißt Rakan. Sieht so aus, als wäre er bereit fürs Mittagessen. Ja. Tiger lieben es zu fressen. Sie mögen gerne Fleisch. Sie sind Fleischfresser. Fleischfresser bedeutet, es ist ein Tier, das gerne Fleisch frisst. Und sie haben große Zähne, die ihnen dabei helfen. Vorderzähne. Ah, mit denen sie das Essen packen. Und Backenzähne, mit denen sie dann kauen. Wow. Ja, es ist sehr wichtig, gut zu kauen. Besonders bei gesundem Essen. Wow. Wow. Nun, vielleicht mag er heute einfach nichts essen. Wahrscheinlich ist er einfach noch richtig müde und macht sich einen ganz entspannten Tag in seinem Gehege. Wow. Es scheint Spaß zu machen, ein Tiger zu sein. Wow. Seht, wie er läuft. Wow. Er bewegt sich super schnell. Wow. Es macht so Spaß, diese vielen tollen Tiere zu sehen. Aber wir suchen immer noch das Schnabeltier. Wir finden es. Ich weiß es genau. Wow. Hey, seht mal, wen ich hier habe. Das ist Bee. Bee ist meine Freundin. Wow. Ja. Bee ist ein Rotnacken-Wallaby. Ja, ein Wallaby. Wallabies sind eigentlich so wie kleine Kängurus. Und sie lieben Leckerli. Sie frisst ein paar köstliche Blätter. Die heißen Garrier. Uh. Sie ist so glücklich. Wow. Seht. Wallabies sind Kängurus. Und sie haben wirklich große Füße. Und lieben Leckerli. Uh. Oh. Das war geschummelt. Hey, seht. Ziemlich große Füße. Und sie haben einen echt großen Zeh. Ja. Sie haben drei Zehen. Eins. Zwei. Drei. Wow. Es scheint ihr wohl zu schmecken. Hey, seht. Seht ihr das da? Sie hat ein paar echt große Zähne. Sie hat zwei Zähne oben und zwei Zähne unten. Das sind ziemlich große Schneidezähne. Damit schnappt sie sich die Blätter, reißt sie ab und mampft sie auf. Wow. Sie ist so süß. Ich glaube, sie hat genug davon. Vielleicht geben wir ihr eine Süßkartoffel. Ja. Wallabies sind Pflanzenfresser. Das heißt, sie fressen gerne grüne Blätter. Und Süßkartoffeln. Wow. Willst du eine Süßkartoffel? Hm. Oder magst du einen Salat? Hm. Hm. Wohl eher nicht. Hm. Ich glaube, sie will Leckerli. Hm. Okay. Ich gebe ihr noch eins. Bi war so brav. Hm. Wow. Seht ihr das? Seht. Bi hat einen sehr großen Schwanz. Hey, Bi. Hm. Wow. Habt ihr das gesehen? Ja. Bi hüpft gerne. Hopp, hopp, hopp. Hm. Bitte sehr. Hm. Ich hüpfe auch gern. Hey. Hüpfen wir wie ein Wallaby. Hüpf. Hopp, hopp, hopp. Oh. Hey, Bi. Willst du noch eins? Wow. Wow. Wallabies sind mega tolle Tiere. Ja. Und sie sind Beuteltiere. Das bedeutet, dass sie Beutel haben. Wow. Das ist so cool. Vielleicht finden wir hier auch noch ein Känguru. Die müssen hier irgendwo sein. Gehen wir. Hey. Wow. Seht mal, was da ist. Es sind graue Riesenkängurus. Ja. Genau wie Bi das Wallaby nur sind. Sie keine Wallabies. Sie sind Kängurus. Mhm. Sie sind beide Beuteltiere. Aber Kängurus sind viel größer als Wallabies. Uh. Sehen wir nach, ob sie auch ein bisschen naschen wollen. Kommt mit. Hallo. Hey. Möchtet ihr was naschen? Ein paar Blätter? Hey. Ist das nicht super lecker? Möchtest du was? Wow. Vielleicht wollen sie, ähm, Hibiskusblätter haben. Oh. Die mögen echt total gerne, diese Blätter. Wow. Seht doch. Oh. Diese Kängurus sind viel größer. Ja. Seht ihr ihre Ohren? Sie haben große Ohren, damit sie sehr gut hören können. Und seht. Ihre Füße sind größer als die von Bi. Ja. Ein Känguru ist so viel größer und ihre Füße viel kräftiger. So erreichen sie 50 Kilometer pro Stunde. Wow. Das ist wirklich schnell. Hey. Vielleicht wollen sie ja Salat. Wow. Ja. Oder vielleicht. Hm. Ähm. Wir dürfen aber nicht so nah ran, weil, ähm, sie das gar nicht gerne mögen. Hey. Hier. Eine Süßkartoffel. Haha. Wow. Haha. Habt ihr die Zähne gesehen? Uh. Damit lässt sich prima an der Süßkartoffel knabbern. Wow. Sie sind so süß und kuschelig. Hey. Habt ihr was bemerkt? Seht. Ihr Beutel. Ja. Der Kängurubeutel. Neben den Beinen. Wow. Genau dort halten sich Joey's Babykängurus am liebsten auf. Ja. Denn sie wachsen im Beutel auf. Wow. Wow. Ich glaube, sie brauchen noch mehr Leckerli. Hey. Etwas Salat? Aha. Wow. Ist das nicht so lecker? Haha. Wirklich lecker. Und gesund. Wow. Wow. Haha. Das hat Spaß gemacht. Das sind also graue Riesenkängurus. Haha. Nun, wir haben immer noch kein Schnabeltier gefunden. Vielleicht suchen wir weiter und finden dann das Schnabeltier. Hüpfen. Wir los und finden das Schnabeltier. Wie ein Kängurus. Wow. Seht euch das an. Ich frage mich, welches Tier hier lebt. Finden wir es raus? Oh. Einzigartig und sehr scheu. Hm. Das bedeutet, welches Tier auch immer hier lebt, ist sehr besonders. Lesen wir mal nach. Hm. Dieses Tier hat einen Schnabel wie eine Ente. Und legt Eier. Hm. Hat den Körper eines Otters. Und einen Schwanz wie ein Biber. Es ist ein Schnabeltier. Ja. Also hier lebt das Schnabeltier. Wow. Es ist zwar dunkel, aber ich weiß, wir werden es finden. Kommt mit. Wow. Da ist das Schnabeltier. Seht mal, wie es schwimmt. Sein Schnabel sieht aus wie von einer Ente. Oh. Und sein Körper ist wie der eines Otters. Wow. Und seht mal, sein Schwanz. Sieht genauso aus wie ein Biber-Schwanz. So cool. Oh. Seht. Er schwimmt unter dem Stamm durch. Er liebt es zu schwimmen. Huh. Hallo. Wow. Wir haben es raus geschafft. Das war spitze. Wir haben das Schnabeltier gesehen. Wie es schwimmt. Gut gemacht. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ich hatte so viel Spaß auf dieser Safari mit euch. Wir haben so viele tolle Tiere gesehen. Hey. Was war denn heute euer Lieblingstier? Das gefällt mir auch. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Hey. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Okay. Legen wir los. B-L-I-P-P-I-Blippi. Gut gemacht. Nun, wir sehen uns. Bis bald. Sind wir im Süd-Kalifornischen Eisenbahnmuseum in Paris, Kalifornien. Und wir lernen hier vieles über die Welt der Züge, Lokomotiven, Straßenbahn und Dreisinen. Ja. Tutu. Tutu. Wow. Seht mal, was da gerade kommt. Es ist eine Straßenbahn. Oh, ist das cool. Wow. Kommt. Hallo, John. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Blippi. Freut mich sehr, Blippi. Ich bin schon so aufgeregt, damit zu fahren. Darf ich mich setzen? Okay, brauche ich denn eine Fahrkarte? Ja, eigentlich brauchst du eine Blippi, aber ich habe hier schon eine für dich. Ah, vielen Dank. Seht ihr, John hat mir eine Fahrkarte gegeben. In orange. Kommt, wir setzen uns hin. Wow. Seht doch. Die Sitze gehen in beide Richtungen. Ich kann so sitzen. Oder ich kann auch... Wow. So rumsitzen. Wow. Ich glaube, ich sitze lieber so herum. Also, wir sind bereit, mit der Straßenbahn zu fahren. Los geht's. Wow. Wow. Das ist so laut. Wow. Das war eine richtig laute Glocke. Von diesem großen Dampfzug. Wow. Ich bin so aufgeregt, weil wir hier sind. Mit John. Dem Wagenfahrer. Und er weiß alles über Züge und Dampfloks und Trollys und Straßenbahn. Ähm, John, wo sind wir? In der Halle 4 des Südkalifornischen Eisenbahnmuseums. Wow. Halle 4. Ja, da, wo sie all die Züge und Lokomotiven aufbewahren. Und wir schauen sie jetzt alle an. Dann legen wir mal los. Kommt schon. Wow. Seht mal, wie groß dieser Ort ist. Wow. Hier gibt's so viele Zugwaggons mit unterschiedlichen Farben. Blau. Und Rot. Die Farbe Gelb. Oh. Und kennt ihr die Farbe von diesem Zugwaggon? Es ist die Farbe Grün. Wow. Wow. Seht ihr, was auf diesem Waggon steht? Ja. Post der Vereinigten Staaten. Hm. Hey, John. Dieser Zug hier liefert Post aus. Ja. Vor den Postflugzeugen gab's Postzüge. Wow. Habt ihr das gehört? Ja. Vor langer Zeit wurden Postzüge benutzt, wie diese grüne hier drüben, um die Post auszufahren. Das ist so cool. Aber lasst uns noch weitere Züge finden, die auch so cool sind. Kommt mit. Die sind so groß. Ich fühl mich echt klein. Wie ein winziger Plippi. Und diese Züge sind riesen. Wow. Und sie haben richtig große Räder. Wow. Seht, wie groß die Räder sind. Sie sind fast so groß wie ich. Und diese Züge haben wirklich große Stoßdämpfer. Ja. Das sind diese Federn. Genau hier. Genau wie bei einem Monster Truck. Die sind so cool. Wow. Sehen wir, was es noch gibt. Wow. Kommt schon. Seht euch diesen Zug hier an. Hm. Ähm. John, dieser braune Waggon sieht ein bisschen anders aus. Was ist denn das große kastenförmige Ding da oben? Das ist der Turmwagen, damit die Elektriker sicher an der Oberleitung arbeiten konnten, ohne den Stromschlag zu kriegen. Wow. Turmwagen. Das ist so cool. Ja. Züge, die haben ein Kabel. Das liefert ihnen Strom, damit sie fahren können. Und dieser Zug hier? Ja. Dieser hier, der ist also dazu da, damit die Leute sicher arbeiten können, um es zu reparieren. Wow. Das ist so cool. Es sieht echt alt aus. Uh. So alt. Wow. Hm. Lasst uns mehr Züge entdecken. Oh. Hier drüben. Oh. Wow. Dieser Zug ist wunderschön. Ja. Er hat große weiße Räder und hat die schöne Farbe Rot. Hm. John, ist jemand Wichtiges in diesem Zug mal gefahren? Dieser Zug gehörte früher dem Präsidenten der Pazifisch-Elektrischen Eisenbahn, mit der er auf Inspektion fuhr. Wow. Der Präsident der Eisenbahngesellschaft? Uh. Aber es sieht so aus, als müssten wir unser Gepäck in einen der Güterzüge packen. Wow. Wow. Ich hab ne Menge Gepäck. Uh. Wir müssen's in den Zug laden. Denn es gibt nen anderen Waggon für das Gepäck. Ja. Dafür nimmst du nicht den Zug, in dem du sitzt. Man legt's hier hin. Oh. Cool. Das ist ein echt hoher Zug. Uh. Okay. Hallo. Und staubig. Uh. Ja. Dieser Güterwaggon hier würde all euer Gepäck tragen. Sieht so aus, als hätten wir jetzt alle Arten von Waggons und Zügen kennengelernt. Hm. Ich denke, wir sollten jetzt zurückgehen. Hallo. Wow. Das macht so viel Spaß, etwas über Züge und Waggons zu lernen. Vielen Dank, dass du uns geholfen hast, John. War mir ein Vergnügen, Kumpel. Und als kleines Andenken gebe ich dir meine Anstecknadel. Wow. Das gibt's nicht. Eine ganz echte Zugnadel. Herzlichen Dank, John. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wiedersehen. Mach's gut. Wow. Das ist so cool. Ich werde sie an meine Hosenträger machen. Ist nicht wahr. Eine ganz echte Lokomotive. Und die ist so groß. Wow. Hey. Ich hab eine Idee. Vielleicht ist das die Lokomotive, mit der wir fahren. Oh. Seht. Da ist der Schaffner. Hallo. Hi, Blippi. Hey. Können wir mit der 108 nach Santa Fe fahren? Aber klar doch. Steigt ein. Okay. Äh. Ah. Über die Nase rein. Oh. Okay. Gehen wir über die Nase rein. Wie albern. Kommt schon. Komm her, Blippi. Oh, danke. Willkommen an Bord. Wow. Wir gehen in den Zug durch die Nase. Kommt. Wir sehen uns drin. Wow. Wow. Wir sind in der Lokomotive drin. Es ist so cool hier. Oh, hallo. Wie heißt ihr denn? Hi. Ich heiße Carson. Und ich heiße Bryce. Schön, euch zu treffen. Was macht ihr hier im Zug? Wir sind Ingenieure. Oh. Hey. Das ist so cool. Und die Vorderseite der Lokomotive ist so cool. Wisst ihr, wie der Raum heißt, in dem wir sind? Das ist der Führerstand der Lokomotive, wo alle Bedienelemente sind. Wow. Wow. Und es sieht aus, als gäbe es eine Menge Knöpfe. Dort sind Bedienelemente und hier drüben auch. Wow. Das sieht aus wie eine echt große Schalltafel. Oh. Kann ich das hier öffnen? Aber klar. Oh. Was ist da drin? Weitere Schalter der Stromkreisunterbrecher und der Hauptstromkreisunterbrecher für die Lokomotive. Wow. Hier gibt es alle möglichen Knöpfe und Schalter. Und mit denen kann man den Zug steuern. Ja. Es gibt hier einen Schalter für das Licht, einen Schalter für das Radio und sogar einen Schalter für die Benzinpumpe. Oh. Das sieht wirklich wichtig aus. Oh. Und wir machen das zu. Und was ist hinter dieser Tür? Das ist der Motorraum. Oh. Können wir uns den Motor ansehen? Klar. Oh. Ich bin so aufgeregt. Hinter dieser Tür ist der Motor zu sehen. Dieser Zug ist wirklich schnell. Vielleicht ist es ein echt großer Motor. Sehen wir mal nach. Komm ran. Okay. Kommt mit. Uh. Wir sehen uns im Motorraum. Das hier unten ist der 20-Zylinder-Motor, der 3600 PS leistet. Wow. So groß. Das hier ist das Kühlwasser. Oh. Und was ist das hier? Das ist der Luftkompressor, der den Luftdruck für die Bremsen, die Hupe und die Klingel erzeugt. Wow. Das ist so cool. Der Motor in diesem Maschinenraum ist so groß, dass er einen ganzen Raum einnimmt. Wow. Und er hat 20 Zylinder. Ja. Habt ihr gehört? Mhm. Ein Auto hat vielleicht vier Zylinder. Und ein Auto ist ziemlich schnell. Also wenn der Zug 20 Zylinder hat, ist das super schnell. Wow. Dieser Luftkompressor ist auch sehr cool. Gibt es hier hinten auch eine Bremse? Ja. Da hinten gibt es eine Bremse, die uns darin hindert, ohne Luftdruck zu fahren. Uh. Äh. Die hier? Ja. Wow. Seht mal her. Dieses Rad ist eine Bremse. Hm. Und muss ich es in diese Richtung drehen, um den Zug zu stoppen? Okay. Wow. Wir ziehen die Bremse an. Wow. Das ist so cool. Wow. Züge sind so richtig cool und auch wirklich schnell. Hey. Warum sehen wir nicht, wie schnell dieser Zug hier ist und fahren ihn selber mal? Gehen wir zurück zur Führerkabine und fahren meine Runde. Kommt mit. Wow. Wow. Seht euch das an. Der Fahrersitz im Führerstand. Es gibt so viele verschiedene Hebel und Anzeigen, um den Zug zu starten. Wow. Also, Carsten, wie startet man den Zug? Nun, man startet ihn, indem man eine Reihe von Leistungsschaltern dort einschaltet. Und man muss in den Motorraum zurückgehen. Oh, okay. Und dort gibt es einen Kippschalter, der tatsächlich alles startet. Cool. Darum kümmern wir uns etwas später. Okay. Oh. Und was ist das hier? Genau das ist die Drossel, die den Zug schnell oder langsam fahren lässt. Wow. Kann ich dran ziehen? Es ist gerade noch nicht so weit, irgendwo hinzufahren. Okay. Okay, cool. Wenn das die Drossel ist, dann bedeutet das wohl, dass das die Bremse ist. Ja, das stimmt. Wenn du im Zug zu schnell fährst, stoppst du ihn einfach mit der Bremse. Wow. Und wenn der Zug mal rückwärts fahren muss, kann er das dann auch machen? Das geht. Du ziehst den kleinen Knopf hier heraus und steckst ihn in den Schlitz hier. Das ist der Wendeschalter. Das ist sowas wie der Schlüssel für die Lokomotive. Oh, seht. Ein Umkehrschlüssel. Ja, das ist ein Schlüssel. Und man schiebt ihn direkt in dieses Loch. Und dann kann der Zug vorwärts oder rückwärts fahren. Ja, ziemlich cool. Wow. Und kann ich diesen Knopf drücken oder ziehen? Du kannst ihn ziehen. Oh, auf diesem hier steht Glocke. Ich frage mich, was passiert, wenn ich dran ziehe? Wow. Habt ihr das gehört? Das war so cool. Das ist es. Und was hat sich so nach Luft angehört? Das war die Luft, die die Glocke antreibt. Ein großer Teil der Lok wird mit Luft betrieben. Deswegen auch so ein großer Kompressor, der einen Großteil vom Ganzen betreibt. Wow. Diese Lokomotive ist toll. Sie fährt mit Dieselkraftstoff, Elektrizität und Luftkraft. Wow. Und ich wette, ich weiß, was das ist. Ganz bestimmt. Okay. Was wird wohl passieren, wenn ich an diesem Hebel ziehe? Kleiner Tipp. Es wird richtig laut. Soll ich es machen? Okay. Ja. Betätigen wir die Hupe. Wow. Das war so laut. Also, warum gibt es eine Glocke und eine Hupe? Wofür ist die Hupe da? Nun, die Hupe dient dazu, mit anderen Menschen und Zügen zu kommunizieren. Was? Der Zug, in dem man sitzt, tun wird. Oh. Also, was heißt einmal hupen? Ich werde anhalten. Angehalten. Was ist mit zwei? Wir werden vorwärts fahren. Okay. Wir fahren gleich vorwärts. Und was bedeutet dreimal hupen? Wir fahren rückwärts. Züge sind echt fantastisch. Und Hupen sind so sinnvoll, um mit anderen Zügen zu kommunizieren. Nun, ich denke, wir sind bereit, den Zug zu starten. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt, die Lokomotive zu bedienen. Wir haben so viel über den Motor und die verschiedenen Schalter gelernt. Es wird so viel Spaß machen, wenn wir sie einschalten. Hm, äh, nur eine Frage. Ähm, Carsten? Ja? Wie schalten wir die Lokomotive ein? Nun, wir beginnen hier mit der Hauptschalttafel. Der Hauptstromkreis ist schon an, weil das Licht hinten an ist. Ansonsten schalten wir alles ein. Jeden einzelnen Schalter. Okay. Da drüben sind zwei. Wenn du dich setzen willst, kannst du die beiden umdrehen. Okay. Ich werde in diesem Stuhl sitzen, der den Zug steuert. Und welchen Knopf drücke ich? Den Motorbetriebsschalter. Motorbetrieb. Die Steuerung- und Kraftstoffpumpe. Steuerung- und Kraftstoffpumpenschalter. Das war's. Und jetzt gehe ich nach hinten und werfe ihn an. Okay. Bis gleich. Boah, ich bin so aufgeregt, eine Lokomotive zu fahren und zu bedienen. Hm, eine Frage habe ich noch. Ähm, ich weiß nicht, was eine Lokomotive ist. Ähm, Bryce, was ist eine Lokomotive? Das ist die Maschine, die ganz vorne am Zug steht und alle Wagen hinter sich herzieht. Oh, also eine Lokomotive hat einen Motor. Ja, Züge haben keinen Motor. Die Waggons werden einfach gezogen. Wenn man also sehr viele Waggons und eine Lokomotive hat, dann hat man einen Zug. Aber wenn es keine Waggons gibt, nennt man das eine Lokomotive. Ich glaube, jetzt sind wir alle bereit, die Lokomotive zu starten. Eine Sache noch, Blippi. Oh. Es wird sehr laut hier drin, wenn wir den Motor anlassen. Also brauchst du Ohrstöpsel. Okay, nehmen wir Ohrstöpsel. Es wird so laut werden. Ohrstöpsel Okay. Oh, das war wirklich laut. Ja, es ist hier sehr laut. Okay, wie bedienen wir die Lokomotive? Also, als erstes nehmen wir den Umkehrschlüssel. Ja, steck ihn einfach wieder in den Schlitz. Umkehrschlüssel? Gut so, mach weiter. Eigentlich gibt es noch ein paar andere Schritte für mich. Okay. Tut mir leid, ein paar andere Lichter. Schalten es auf ein, damit es auch irgendwo ankommt. Die beiden Schalter, die du vorhin umgelegt hast, der mittlere, Genfeld, legt den Schalter um. Okay. Jetzt schickt die Lokomotive Strom an die Räder. Stell jetzt den Umkehrschlüssel auf vorwärts. Okay, los geht's. Sehr gut. Der Griff über dem Gashebel. Pump ihn einmal nach vorne. Okay. Das wird uns tatsächlich zum Fahren bringen, anstatt den Motor als Bremse zu benutzen. Okay. Also schalt die Glocke ein. Zieh zweimal die Pfeife. Zieh das Gaspedal eine Stufe zurück. Und löst die Bremsen. Wow. Ich glaube, wir setzen uns in Bewegung. Und los geht's. Wow. Seht, wie wir fahren. Wir steuern einen echt richtig großen Zug. Wow. Nun pfeif nach einem bestimmten Muster. Lang. Lang. Kurz. Lang. Wow. Das macht solchen Spaß. Was? Wow. Oh. Wir fahren so schnell. Ich liebe es, mit Süden zu fahren. Es zeigt an, dass wir 16 Kilometer pro Stunde fahren. Aber wir können bis zu 144 fahren. Das ist richtig schnell. Musst du manchmal auch schneller fahren? Kann man. Okay. Ja. Wenn du schneller fahren willst, kannst du die Drosselklappe noch ein oder zwei Gänge zurücknehmen. Okay. Sieht so aus, als ob wir schneller werden. Hey, soll ich mal den Gashebel noch eine Stufe höher stellen, um noch schneller zu fahren? Okay, los geht's. Wow. Wir fahren so schnell. So, Blippi. Jetzt ziehst du den Gashebel ganz nach vorne. Ja, bis ganz nach vorne. Und jetzt fahren wir einfach eine Weile im Leerlauf. Uh. Uh. Das hat so viel Spaß gemacht, eine Lokomotive zu bedienen. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Hey, buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Okay, los geht's. B-L-I-P-P-I-Blippi. Gut gemacht. Nun, bis demnächst. Bye, bye. Hey, ich bin's Blippi. Und heute sind wir hier bei Lou Gardens in Orlando, Florida. Ja, ich bin so aufgeregt, weil ich mir all die verschiedenen Gärten hier mit euch ansehen darf. Sie haben Gemüsegärten mit wirklich leckerem Gemüse. Wie Brokkoli oder Sellerie. Lecker. Und alle Arten von Blumengärten mit wirklich bunten, schönen Blumen. Das wird ganz bestimmt so toll werden. Hey, ich glaube, ich habe da drüben was gesehen. Sehen wir es uns an. Kommt mit. Hey, riecht mal. Ja, riechen ist eines der fünf Sinne. Wisst ihr, welche die fünf Sinne sind? Ja, riechen und schmecken. Ja, und sehen, hören und tasten. Das sind die fünf Sinne. Du riechst mit der Nase und du schmeckst mit der Zunge. Du hörst mit deinen Ohren und du siehst mit deinen Augen. Und du tastest mit deiner Haut und Fingern. Wow, ich habe eine richtig gute Idee. Wie wäre es, wenn ihr und ich zusammen durch die Gärten gehen und versuchen zu riechen, sehen, hören, schmecken und ertasten all die verschiedenen Früchte, Gemüsesorten und Blumen hier. Ja. Und wer weiß, vielleicht sehen wir noch einen Dino. Das wird bestimmt ganz toll werden. Kommt mit. Hey, wow, seht euch das mal an. Es gibt so viele coole Pflanzen hier. Ja. Wow, seht euch diese an. Ja, die sieht richtig cool aus. Wow. Ja, diese Pflanze hier hat richtig cool aussehende Blätter, die alle mit gelben Flecken gesprengelt sind. Aber das Blatt hat die Farbe grün. Wow. Hier gibt es so viele interessante Pflanzen. Das liegt daran, dass dies der erste Garten ist. Das ist der tropische Stromgarten. Wow. Und die Pflanzen, die hier sind, mögen gerne an so einem tropischen Ort wachsen. Ähm, ja, tropisch ist eine andere Bezeichnung für einen Ort, der sehr warm und feucht ist. Sowie der Regenwald in Südamerika. Ja, der Regenwald ist fantastisch. Hey, wie wäre es, wenn ihr und ich so tun, als ob wir alles hier erforschen, als wären wir in Südamerika. Obwohl wir gar nicht wirklich dort sind. Gehen wir los zum Erforschen. Wow, seht mal, wir haben etwas wirklich Aufregendes entdeckt. Es ist ein Strom. Ja, der Strom in dem tropischen Stromgarten. So albern. Wow, und seht mal das Wasser. Es fließt wirklich schnell über all die Felsen. Und es gibt sogar einen kleinen Wasserfall ganz weit da hinten. Das Wasser fließt richtig schnell und dann fällt es ganz tief runter. Und wird zum Wasserfall. Hey, hört mal. Ja, hört ihr das? Das ist das Wasser, das über all die Felsen rauscht. Wir benutzen einen unserer fünf Sinne. Hören. Hey, was könnte man in einem tropischen Regenwald noch hören? Hm. Ja, Vögel. Hört zu. Hört ihr all die Vögel? Sie krechzen und quieken und zwitschern. Es macht so viel Spaß, das Gehör zu benutzen, um alle Arten von Geräuschen im Regenwald zu hören. Hey, sehen wir mal, was wir mit unseren Sinnen noch so alles hören und sehen und riechen können. Oh, da gibt es so viele Dinge. Kommt mit. Hey, wow. Das hat so Spaß gemacht, mit euch zu tanzen. Aber es sieht aus, als hätte ich mich wegen des Tanzens verlaufen. Nun, ich weiß, dass wir in den nächsten Garten gehen sollen. Und um dorthin zu gelangen, müssen wir durch den Nordwald reisen. Hm. Aber wo ist der Nordwald? Ja, ist doch klar. Norden. Norden ist eine Richtung. Ja, und eigentlich gibt es vier Richtungen. Hm. Norden, Osten, Süden und Westen. Ja. Und wir gehen nach Norden. Hm. Oh, das sind viele Richtungen. Wisst ihr, ein echt guter Weg, sich die Richtungen zu merken, ist dieser wirklich alberne Satz. Passt auf. Nie ohne Seife waschen. Echt albern. Also, wir wissen, nie beginnt mit N. Das ist Norden. Und ohne Osten. Seife, Süden. Und Westen, Waschen. Ja. Wir haben alle Richtungen gelernt. Und wir müssen jetzt nach Norden. Hm. Wenn ich nur wüsste, wo Norden ist. Oh, wartet mal. Ich habe zur Sicherheit immer meinen Kompass dabei. Dieser Kompass ist so cool. Seht mal. Ja. Seht ihr ihn? Das ist ein Werkzeug, das uns hilft, Norden zu finden und sagt uns, wohin wir gehen. Ja. Da ist ein Magnet im Kompass drin, der diesem kleinen schwarzen Pfeil sagt, dass er immer nach Norden zeigt. Ich muss also nur den Pfeil in Richtung rotem N ausrichten. Und schon weiß ich, dass Norden in dieser Richtung liegt. Und gleich hinter dem Nordwald ist der nächste Garten. Ja. Ich freue mich so darauf, mit euch weiterzuforschen. Kommt schon. Gehen wir los. Wow. Seht euch diese Blumen an. Wunderschön. Wow. Die sind so hübsch und echt wundervoll. Blumenbäume wie diese hier sind so cool, weil sie, sobald der Baum groß und hoch gewachsen ist, diese kleinen Knospen hier bilden. Seht ihr? Diese hier. Das ist wie eine kleine Babyblume. So süß. Und dann, nach einer Weile, wenn sie anfangen zu wachsen, fangen sie mit Blühen an und gedeihen. Nur ein bisschen. Ja. Und dann, schließlich, öffnen sie sich und werden zu einer vollen Blume. Ja. Seht mal, wie hübsch die sind. Diese hier ist pink. Und weiß. Und auch etwas gelb. Das ist so cool. Und sie riecht so süß. Ja. Hey. Ja. Duft. Riechen ist noch einer unserer fünf Sinne. Wow. Wir haben heute so viele Sinne kennengelernt. Diese Blumen sind so erstaunlich. Wusstet ihr, dass sie nicht nur gut riechen, sondern auch Sauerstoff abgeben? Das hilft uns zu atmen. Sie kümmern sich um uns und riechen super süß. Nun, ich kann es kaum erwarten, hier noch mehr tolle Blumen zu finden. Ja. Los geht's. Seht euch die an. Das sind so viele bunte Blumen hier. Ja. Dieser Garten heißt Farbengarten. Und hier gibt es wirklich schöne Pflanzen. Seht. Ja. Hier. Wir haben Pflanzen mit der Farbe Gelb. Einige haben die Farbe Weiß. Die Farbe Rot. Und die Farbe Lila. Es gibt hier so viele verschiedene Farben. Es ist so schön. Hey. Und wisst ihr, was all diese Pflanzen gemeinsam haben? Ja. Sie haben alle die Farbe Grün. Stimmt. Und das liegt daran, dass sie große Blätter haben, die helfen, die Sonne aufzusaugen. Photosynthese nennt man es, wenn Pflanzen die Sonne durch ihre Blätter aufnehmen und groß und stark werden. Pflanzen und Blumen sind so cool und erstaunlich. Ich kann es kaum erwarten, hier noch mehr Pflanzen zu entdecken. Dann los. Gehen wir. Wow. Habt ihr diese Schoten gesehen? Ja. Diese Schoten sind die Früchte des Seidenraupenbaums. Wow. Gleich hier drüben. Sehen wir mal. Der Seidenraupenbaum ist echt cool. Und der hat den Namen McDonald. Hallo McDonald. Donald. Ja. Seine Früchte sind diese Schoten, die wirklich hoch in den Himmel ragen. Aber ihre Früchte sind nicht zum Essen. Sie haben alle möglichen schwarzen Kerne und so ein watteartiges Zeug. Das sollte man auf keinen Fall essen. Nun, ich wünschte, ich könnte sie pflücken, aber sie ist etwas zu hoch und ich kann nicht auf den Baum klettern. Denn seht doch. Kommt. Der Seidenraupenbaum hat all diese kleinen, pockigen Teile. Uh. I. Ah. All diese Stachel überall auf dem Baum halten die Tiere davon ab, die Samen und Früchte zu pflücken. Uh. Wenn ich es berühre. Uh. Ah. Uh. Dann sticht es ziemlich arg. Hey. Berührung ist eines der fünf Sinne. Ah. Wow. Berührung ist wirklich erstaunlich. Wenn du etwas berührst, wie diesen Seitenraupenbaum, kann es wirklich stachlig sein. Aber wenn ihr etwas wie dieses Blatt berührt, ist es sehr, sehr weich. Uh. Fühlt sich richtig gut an. Berührung ist wunderbar. Cool, dass wir etwas gelernt haben über den Seitenraupenbaum und über glatte Blätter. Nun, diese ganze Erkundung macht mich richtig hungrig. Und ich denke, wir sollten uns einen Snack suchen. Kommt mit. Ich wette, wir finden etwas wirklich Leckeres. Ja. Und jetzt können wir uns leckeres Essen ansehen. Kommt mit. Seht mal hier. Das ist echt riesig. Wow. Diese Pflanze ist so groß. Ja. Das hier ist ein Grünkohl. Sehr lecker. Wenn man alle Blätter abschneidet, kann man sie kochen und eine wirklich leckere Mahlzeit aus dem Gemüse machen. Mh. Ich liebe Grünkohl. Wow. Und seht mal hier. Diese Pflanze sieht richtig interessant aus. Mh. Bei der hier sollte man nicht die Blätter essen. Denn das ist eine Artischocke. Ja. Man schneidet alle Blätter ab und isst, was in der Mitte ist. Mh. So gut. Man kann alle möglichen leckeren Dips und Gerichte damit machen. Ich werde schon so hungrig. Lasst uns sehen, was es hier im Gemüsegarten noch leckeres zu essen gibt. Hm. Haltet die Augen nach eurem Lieblingsessen offen. Wow. Und das ist eins meiner Lieblingsessen. Das ist eine Tomatenpflanze. Wow. Die ganzen Tomaten hier sehen irgendwie komisch aus. Eigentlich sind sie rot, aber diese sind grün. Ja. Seht ihr sie? Oh. Hier. Das ist eine grüne Tomate. Und die wollt ihr nicht essen. Das heißt, sie sind noch nicht reif. Also bitte nicht essen. Aber wenn sie rot werden, kann man sie essen und hat einen leckeren Genuss. Oder man schneidet sie in Scheiben und belegt ein Sandwich damit. Ich möchte diese Tomaten nicht essen, aber zum Glück habe ich hier ein paar wirklich leckere Tomaten, die ich etwas früher gepflückt habe. Seht, wir haben Tomaten und Grapefruits, Zitronen und einige Erdbeeren. Ich bin so aufgeregt, all diese erstaunlichen Früchte zu probieren. Hey. Geschmack ist noch einer unserer Sinne. Und es ist mein Lieblingssinn. Ich liebe es, gutes Essen zu probieren. Oh, so gut. Ja. Das wird so lecker sein. Hey. Ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn ihr und ich ein Spiel spielen, bei dem wir rausfinden, welches dieser Früchte süß, bitter, sauer oder lecker ist. Dann sehen wir mal. Ich stelle das mal hier hin. Okay. Zuerst beginnen wir mit der Zitrone. Zitronen sind richtig, richtig gut. Aber glaubt ihr, die wird süß sein? Oder sauer? Oder bitter? Okay. Diese Zitrone ist richtig, richtig sauer. Das ist wirklich richtig sauer. Aber es ist super gut. Gut geraten. Okay. Probieren wir noch was. Okay. Jetzt nehmen wir eine Grapefruit. Ja. Das ist eine andere Art von Zitrusfrüchten. Was denkt ihr? Wird die hier vielleicht süß oder sauer sein? Oder vielleicht doch bitter? Okay. Lasst uns probieren. Los geht's. Ziemlich köstlich. Grapefruit ist ziemlich süß, aber auch ziemlich bitter. Also beides ist richtig gut gemacht. Okay. Dann machen wir weiter. Wow. Jetzt seht mal hier. Ihr wisst, was das ist? Das ist eine echt leckere Erdbeere. Glaubt ihr, die ist eher süß oder sauer oder bitter? Ich glaube, ich weiß, wie sie ist. Ja. Diese Erdbeere war super süß. Ja. So lecker. Nun. Wir haben vieles probiert und nur noch eins ist übrig. Wow. Es ist eine Tomate. Ich hatte Tomaten schon auf anderen Sachen, aber ich glaube, ich habe sie noch nie pur gegessen. Mal sehen. Was denkt ihr? Wird diese Tomate süß oder sauer oder gar bitter sein? Okay. Los geht's. Wow. Das war super lecker. Es ist ein wenig bitter, aber es hat einen echt interessanten Geschmack. Ich mag Tomaten wirklich gern. Das war spaßig. Ich werde noch mal beißen. Lecker. Wow. Das war ein super schönes Spiel, das ihr und ich gespielt haben. Nun. Ich hatte so viel Spaß hier. Sehen wir, ob wir noch was anderes entdecken können. Vielleicht sehen wir noch einen Dinosaurier. Das wäre fantastisch. Ja. Los geht's. Das hat so viel Spaß gemacht, mit euch im Garten zu sein. Wir haben so viele tolle Pflanzen und Blumen gesehen. Und haben alles über die fünf Sinne gelernt. Hey. Wie wäre es mit einem Spiel, bei dem wir unsere fünf Sinne benutzen? Ja. Es ist Zeit für das Seifenblasenlabor. Und wir werden diese Sinnesbox benutzen. Ja. Ich werde raten, was hier in der Box ist. Aber ich kann es nicht sehen. Ja. Was ist Geheimnisvolles drin? Ich weiß es nicht. Okay. Sehen wir, ob ich es rausbekommen kann. Okay. Hier fühlt es sich hart an. Und. Oh. Irgendwie nass und schleimig innen. Hm. Hm. So hart. Und weich. Hm. Okay. Und. Auch. Irgendwie faserig. Ja. Es ist strähnig. Fühlt sich an wie eine Menge Fäden. Muss ein bisschen feucht sein. Vielleicht sind es Würmer. Uh. Hm. Was könnte es noch sein? Hey. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Das müssen doch Spaghetti sein. Sehen wir nach, ob es stimmt. Okay. Mal sehen. Ja. Ich hatte recht. Wow. Es sind Spaghetti. Wow. Seht mal die Spaghetti. Jetzt, wo wir es sehen, wissen wir, was es ist. Ja. Wir können es sehen. Und. Wir können es kosten. Mh. Lecker. Schmeckt auch richtig gut. Und. Wir können sie anfassen. Aber nicht wirklich hören. Ja. Man kann es ein wenig riechen. Aber. Es riecht eigentlich nach nichts. Es riecht nicht wirklich schlecht. Aber. Ich weiß nicht, ob es gut riecht. Es riecht einfach nach. Spaghetti. Okay, wir haben rausgefunden, was Spaghetti sind. Mal sehen, was noch in der Box ist. Okay. Los geht's. Uh. Das fühlt sich matschig an. Wow. Es fühlt sich lustig an, das zu berühren. Was auch immer das ist. Ja. Irgendwie matschig. Wow. Und ich kann es hochheben. Wow. Habt ihr gehört? Ja. Wenn man es zerdrückt, macht es knallende Geräusche. Wow. Matschig. Weich. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich wette, das ist irgendein Schleim. Mal sehen, ob es stimmt. Wow. Seht mal, was das ist. Ich konnte es nicht sehen. Deshalb wusste ich nicht, welche Farbe es hat. Aber hey, es ist meine Lieblingsfarbe. Blau. Wow. So dehnbar. Wow. Wow. Es ist abgebrochen. Aber es ist okay. Ich kann es einfach zusammenquetschen. Wow. Man kann es berühren und sehen, dass es blau ist. Es riecht wirklich gut und sauber. Ich mag, wie dieser Schleim riecht. Ja. Und auch hören. Ich würde es aber nicht probieren zu essen. Ja. Schleim wollt ihr nicht probieren. Das wäre wirklich nicht lecker. Wow. Unsere fünf Sinne sind fantastisch. Ja. Also, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Hey. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Okay. Los geht's. B-L-I-P-P-I-Blippi. Gut gemacht. Gut. Ich werde die jetzt einpflanzen gehen. Okay. Dann bis bald. Bye. Bye. Wow. Sieht aus, als würde es stark regnen. Nun, eigentlich wollte ich heute raus zum Spielen. Aber vielleicht können wir drin noch was viel Lustigeres tun. Ja. Habt ihr vielleicht eine Idee, was wir drin tun könnten, etwas, das Spaß macht? Hm. Vielleicht spielen wir ein Brettspiel. Oder einen Hallensport. Was haltet ihr von Bowling? Ja. Und ich kenne den perfekten Ort dafür. Gehen wir bowlen in Spring Hill Lanes. Kommt mit. Oh. Denkt an den Regenschirm. Wir sehen uns dort. Wow. Wir haben es zur Bowlinghalle geschafft. Ja. Ich bin so aufgeregt. Kommt mit. Wow. Seht euch das an. Es ist klasse. Ja. Hier sind so viele coole Sachen wie diese Sessel. Wow. Und diese coolen Tische, von denen aus man zusehen kann. Wow. Und seht mal da. Ja. Das sind die Bowlingbahnen. Und es sind so viele. Wow. Das wird super klasse. Oh. Seht mal da. Hallo. Ja. Das Telefon ist echt hilfreich, wenn man einen Snack will. Man kann einfach so bestellen. Hallo. Nun, ich freue mich riesig, gleich mit euch bowlen zu können. Aber zuerst muss ich doch noch meine Bowlingschuhe anziehen. Probieren wir welche an. Kommt mit. Wow. Seht mal all die Bowlingschuhe. Wow. Es gibt viele unterschiedliche Arten und Größen und Farben. Wow. Wow. Seht mal. Dieser Bowlingschuh hat die Farbe Schwarz. Und die Farbe Rot. Wow. Bowlingschuhe sind wirklich wichtig. Die muss man zuerst anziehen, wenn man bowlen geht. Ja. Sie sind so wichtig, weil die Sohle des Schuhs oder eben die Unterseite aus Leder ist. Uh. Wirklich glatt. Durch das Leder kann man sehr gut rutschen. Und das hilft uns beim Bowlen. Und es schützt auch die Bowlingbahn vor Schmutz und Kratzer. Deshalb ist es so wichtig, Bowlingschuhe zu tragen. Nun, jetzt müssen wir nur noch die passenden finden. Zuerst die Schuhe aus. Eins, zwei. Jetzt suchen wir die Größe aus. Hm. Welche Größe habe ich wohl? Mal sehen. Hm. Probieren wir die an. Wow. Die sind viel zu klein. Hm. Die passen gerade so über die Zehen. Uh. Okay. Die sind etwas zu klein für mich. Ich glaube, ich sehe noch welche. Probieren wir die an. Wow. Wartet mal. Die hier sind viel zu groß. Wow. Nun. Ja. Die sind ein bisschen zu groß fürs Bowlen. Hm. Ich glaube, ich sehe die perfekte Größe. Ja. Ich glaube, diese Schuhe hier sind wirklich perfekt, um gut zu bowlen. Uh. Jetzt, wo wir sie anhaben, brauchen wir sie nur noch zubinden. Als erstes muss man beim Schuhe binden die Schnürsenkel kreuzen. Dann das obere Ende durchziehen. Festziehen. Und dann macht ihr ein Hasenohr. Und noch ein Hasenohr. Hopp, 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 hopp. Und die beiden umarmen sich jetzt. Uh. Und die obere Schleife kommt durch die Mitte. Hopp. Und dann ziehen. Seht doch nur. Der Schuh ist zu. Ja. Ein Schuh ist fertig. Fehlt der zweite. Okay. Gehen wir es an. Den hier mache ich ein bisschen schneller. Also festziehen. Die Schnüre kreuzen. Die obere schlüpft durch. Und ziehen. Ein Hasenohr. Hopp, hopp. Das zweite. Hopp, hopp. Die umarmen sich. Und die obere Schleife geht durch die Mitte. Ziehen. Wow. Geschafft. Wir haben die Schuhe gebunden. Ja. Und jetzt müssen wir nur noch eine Bowlingkugel aussuchen und zu unserer Bowlingbahn gehen. Ja. Wow. Seht mal da. Hier sind so viele coole Bowlingkugeln. Uh. Sie sind verschiedenfarbig und unterschiedlich schwer. Jetzt müssen wir herausfinden, welche das richtige Gewicht für uns hat. Okay. Versuchen wir die. Sie hat die Farbe grün. Wow. Wow. Diese Bowlingkugel ist viel zu schwer. Damit wäre es viel zu schwer zu bowlen. Und deshalb lege ich sie zurück. Uh. Wow. Und seht. Auf der grünen Bowlingkugel steht die Nummer 14. 14. Ja. Je größer die Zahl, umso schwerer die Kugel. Uh. Zu schwer für mich. Uh. Und seht mal die. Diese hat die Nummer 6. Ich wette, die ist sehr viel leichter, weil die Zahl kleiner ist. Okay. Wow. Die ist ziemlich leicht. Hm. Vielleicht ist die hier zu leicht. Wir brauchen eine, die genau zu uns passt. Okay. Ich lege die zurück. Hm. Welche? Uh. Die hat ganz viel Glitzer. Seht. Ganz viel Glitzer. Uh. Wow. Die hier. Die hier sieht toll aus. Sie ist orange. Meine Lieblingsfarbe. Sie hat ein wirklich cooles Wirbelmuster auf ihr drauf. Und? Ja. Sie ist nicht so leicht. Und auch nicht so schwer. Ja. Wow. Und meine Finger passen. Ich glaube, das ist die perfekte Bowlingkugel. Ich bin schon so gespannt aufs Bowlen. Kommt mit. Wow. Ja. 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 uns ja helfen. Hey, Vic, hast du ein paar Tipps, wie ich besser spiele? Nun, weißt du, einfach üben. Sehr viel üben, dann schaffst du irgendwann bestimmt ein perfektes Spiel. Wow, ein perfektes Spiel? Was ist das? Das ist das höchste Ergebnis beim Bowling, wenn man zwölf Strikes nacheinander wirft. Wow, das klingt so cool. Vielleicht schaffen wir ja auch irgendwann ein perfektes Spiel. Vic, hattest du schon viele perfekte Spiele? Ja, bisher hatte ich 69 davon. Wow, das sind so viele perfekte Spiele. Wie hast du das geschafft? Übung, Übung, Übung. Übung, Übung, Übung. Hey, wisst ihr, was üben heißt? Ja, üben ist, wenn man etwas immer und immer wieder tut, bis man sehr gut darin ist. Wir müssen wohl auch noch etwas üben. Ich hab ne Idee. Hey, Vic, gibst du uns Unterricht in Bowling? Natürlich. Ja, los geht's. Komm. Okay. Ich freue mich schon so auf meine erste Unterrichtsstunde mit meinem Freund Vic. Er ist ein ziemlich guter Bowler. Okay, äh, Vic, was muss man als erstes wissen beim Bowling? Zuerst musst du wissen, wo die Finger hingehören. Okay. Hier der Mittelfinger, da der Ringfinger und dann der Daumen in das Loch. Oh, okay. Wow, habt ihr gesehen? Ja, die orangefarbene Kugel hat drei Löcher. Fällen wir zusammen, ja? Eins, zwei, drei. Wow. Wir legen also den Mittel- und Ringfinger in diese Löcher und den Daumen in dieses. Wow, seht, ich halte die Bowlingkugel fest. Ja. Okay, und was kommt jetzt? Jetzt drehst du deine Hand um. Okay. Legst die andere Hand auf die Kugel und dann nimmst du fünf Schritte Anlauf und da du Rechtshänder bist, beginnst du mit dem linken Fuß. Okay. Ich halte die Bowlingkugel und jetzt werfe ich die Bowlingkugel die Bahn runter. Und zwar mit fünf Schritten Anlauf. Ich denke, ich schaffe das. Okay. Das ist ziemlich aufregend. Nur zu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, äh, Moment mal. Äh, Vic, wohin ziele ich denn mit der Kugel? Du zielst da vorne auf die Pfeile. Auf der rechten Seite. Oh, okay. Dann durchschwingen. Seht ihr? Ich lasse die Bowlingkugel durchschwingen und ziele auf den zweiten Pfeil von rechts. Dann läuft sie gerade und trifft die Kegel. Ja! Vic, ich habe gesehen, dass dein Bein so nach hinten ging. Ja. Warum das denn? Zum Druckausüben. Dann ist es einfacher für dich, den Arm aufs Ziel zu steuern. Okay, cool. Okay. Ich mache all diese Schritte und treffe ein paar Kegel. Ich freue mich so aufs Bowlen. Okay. Los geht's! Musik Musik Ja, habt ihr gesehen? Seht die vielen Kegel. Wow. Und da ist wohl eine Maschine, die nach unten kommt und die Kegel nimmt, die ich vorhin umgeworfen habe und bringt sie nach hinten. Ich frage mich, wo die Kegel hingehen. Ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn ihr und ich nach hinten gehen und es rausfinden? Ja, kommt mit! Musik Schaut mal, wo wir sind. Wir sind jetzt hinter den Bahnen. Ja. Ich bin so aufgeregt, weil wir gleich die Maschinen sehen werden, die die Kegel wieder aufstellen und die Bowlingkugeln zurückbringen. Kommt mit! Wow. Seht mal, wie groß die Maschinen sind. Ja. Musik Das hier drüben ist eine der Werkbanken, an denen die Mechaniker, die sich um die Maschinen kümmern, arbeiten. Ja. Es gibt jede Menge Werkzeug und Kabel. Mhm. Ja. Merkt euch bitte, kommt niemals hinter die Bowlingbahn, wenn ihr kein Mechaniker seid, weil es hier wirklich gefährlich ist und ziemlich laut. Aber ich habe die Erlaubnis, damit wir alles erkunden können. Kommt mit! Wow. Wow. Seht mal, all die coolen Maschinen. Gehen wir etwas näher ran. Wow. Seht mal, wo wir sind. Wir sind oberhalb der Bowlingmaschinen. Wow. Und seht, hier sind ein paar Kegel. Ja. Nun, sie haben wirklich schöne Farben und sind ganz besonders. Dieser hat die Farbe Pink. Wow. Und dieser Kegel hier hat die Farbe Gelb. Wow. Und seht euch den hier an. Dieser ist wirklich cool. Er hat die Farbe Grün. Wow. Ich mag diese Bowlingkegel sehr, weil sonst haben Bowlingkegel immer die Farbe Weiß. Sie sind so schön bunt. Wow. Und seht mal, all die vielen Bowlingmaschinen. Die sind wirklich cool, weil sie helfen, die Kegel wieder aufzustellen. Ja. Seht. Habt ihr gesehen? Das sind so viele Teile. Wow. Seht mal da. Das sind so große Kreise. Die nennt man die Pinnförderer. Ja. Seht ihr das rote Fließband? Wow. Wow. Der Pinnförderer hilft dabei, die Kegel aufzuheben. Seht ihr? Der Pinnförderer nimmt dann die Kegel und legt sie richtig auf das Verteilerband. Wow. Seht ihr, was es macht? Es fängt alle Kegel ein. Ja. Hallo, Kegel. Hallo. Wow. Das ist ziemlich cool. Oh. Wow. Wow. Ja. Und wenn die Kegel auf dem Verteilerband sind, werden sie in all die vielen kleinen Kammern transportiert. Die heißen Pinnhalter. Ja. Jeder einzelne Kegel hat sein eigenes Zuhause. Hallo, ihr Kegel. Wow. Ja. Wenn alle Kegel im Pinnhalter gut verstaut sind, fährt die Maschine runter und stellt die Kegel an der richtigen Stelle auf. Dann kann der nächste Bowler einen Strike werfen. Ja. Wow. So eine Bowlingmaschine ist echt ziemlich cool. Wow. Und seht mal hier. Wow. Seht ihr das hier? Ja. Dieser Teil der Bowlingmaschine ist für die Bowlingkugel. Ja. Das ist ein Förderband, das sich die Kugel schnappt und sie wieder nach vorne auf die andere Seite bringt. Dabei wird die Schwerkraft genutzt. Das Band bringt sie nach oben und die Schwerkraft, die unsere Füße ganz fest am Boden hält, nimmt die Bowlingkugel und trägt sie wieder ganz nach vorne. Ja. Wow. Die Bowlingmaschine ist ziemlich cool. Und sie hat sogar ihr eigenes Computergehirn. Wow. Eine ziemlich kluge Bowlingmaschine. Seht ihr? Da sind so viele Stromkreise und Kabel und es sagt jedem Teil der Bowlingmaschine, was es tun soll. Es sagt, du machst das und du das. Und sie hören alle gut zu. Die Bowlingmaschine ist klasse. Ja. 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 Ich hatte so viel Spaß beim Bowling mit euch. Wow, es gibt so viele Dinge, die man drinnen machen kann. Hey, wir könnten auch etwas basteln. Es ist Zeit für die Forschungsecke. Wow, seht mal das ganze Material. Hey, seht mal hier. Wisst ihr, was das ist? Ein Regenmacher. Ja, wenn man ihn einmal umdreht, dann klingt es genau wie der Regen. Wow. Und heute basteln wir einen. Sieht aus, als hätten wir alles, was wir brauchen. Wir haben hier bunten Reis, ein paar Gummibänder, etwas Alufolie, Kartonrollen. Hallo. Ja, und etwas Backpapier. Okay, für einen Regenmacher nehmen wir zuerst eine Rolle und ein quadratisches Backpapier. Also bittet einen Erwachsenen, es für euch auszuschneiden. Gut. Und wir schneiden kleine Quadrate aus dem Backpapier. Seht, so wie das. Dann nimmt man das Backpapier und auch die Rolle, legt sie um das Ende und dann befestigt man es mit einem Gummiband. Wow, seht mal. Als nächsten Schritt bereiten wir das Innere des Regenmachers vor. Ja, und was wir für das Innere brauchen, ist etwas Alufolie. Also, zuerst drücken wir es zusammen, damit es hineinpasst. Und dann drehen wir es etwas. Das ist sehr wichtig, damit es später auch wie Regen klingt. Rein damit. Jetzt kommt das Beste. Wir füllen den Reis ein. Einen Löffel vom grünen Reis. Wow. Ein Löffel vom violetten Reis. Hm, uh, und einen Löffel gelber Reis. Uh, das waren drei Löffel Reis. Und jetzt schließen wir die andere Seite. Also, nehmt ein weiteres Quadrat vom Backpapier. Legt es über die andere Seite. Und schnappt euch ein Gummiband. Okay. Verschließt es gut mit dem Gummiband. Wow. Und jetzt ist der Regenmacher schon fast fertig. Seht, es macht schon Regengeräusche. Aber, hm, wir sollten es noch etwas verschönern. Und dafür verwenden wir Aufkleber oder Buntstifte und verzieren es. Äh, ich nehme den pinken Stern. Hm, welche Aufkleber nehme ich noch? Wow. Seht mal den hier. Dieser hat die Farbe blau und grün. Uh, okay. Den klebe ich hier hin. Und vielleicht auch noch ein paar blaue Kreise. Ja, die sind blau-grün. Ich werde es überall verzieren. Und ganz viele Sticker draufkleben. Die Ureinwohner Amerikas verwendeten Regenmacher, um den Regen zu beschwören. Sie haben sie ganz unterschiedlich verziert. Ich liebe verzieren. Es macht so Spaß. Und es sieht so aus, als wäre der Regenmacher fertig. Ja. Hey, wisst ihr, warum es regnet? Ja, wenn man draußen ist, woher kommt der Regen? Nun, das liegt am Wasserkreislauf. Wow. Der Wasserkreislauf ist ziemlich cool. Zuerst erhitzt die Sonne das Meer und das Wasser verdampft. Ja, Wasser wird zu Gas und steigt nach oben in die Luft. Ratet, wo das Wasser hingeht. In die Wolken. Ja. Und wenn genug Wasser in den Wolken ist, kondensieren sie. Ja. Sie werden wieder zu Wasser. Und dann regnet es. Das heißt Niederschlag. Und wenn es regnet, klingt es dann so. Wow. Regen ist unglaublich. Und es macht so Spaß, mit dem Regenmacher zu spielen. Nun, es hat so viel Spaß gemacht, mit euch drinnen etwas zu erleben. Obwohl es draußen geregnet hat. Es war so lustig, bowlen zu gehen, den Regenmacher zu basteln und den Wasserkreislauf kennenzulernen. Wow. Ganz schön viel. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Hey. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Okay. Okay. Los geht's. B-L-I-P-P-I-Blippi. Gut gemacht. Nun, bis demnächst. Hey. Es hat aufgehört zu regnen. Seht ihr? Hey, ich bin's Blippi. Und heute gehen wir auf dieses riesengroße Boot. Wow. Es ist gigantisch. Ja. Ich bin so aufgeregt, denn ihr und ich sind heute bei Pier Dolphin Cruises in St. Petersburg, Florida. Wir werden heute verschiedene Meerestiere kennenlernen und vielleicht sehen wir auch Delfine. Hallo. Ja, also, los geht's. Hey. Wir sind jetzt auf dem Boot. Ja. Das Boot ist klasse, aber es ist kein normales Boot. Das ist ein riesiges Boot für viele Menschen. Es ist ein Katamaran. Ja. Seht mal die Sitze. Und seht mal das hier. Ja. Das ist ein riesengroßes Netz. Wow. Aber dieses Netz ist nicht gedacht für Fische. Nein. Dieses Netz ist sehr wichtig. Falls etwas über die Reling fällt. Einfach einfangen. Wow. Dann geht nichts verloren. Wow. Okay. Wir legen es wieder zurück. Wow. Hey. Seht mal das da. Ja. Eine riesige Bürste. Uhuhu. Wie albern. Das hier ist keine Zahnbürste. Nein. Mit dieser Bürste reinigt man natürlich das Boot. Man befreit es von Dreck oder auch von Seepocken. Ja. So macht man das. Iiii. 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 Blitzeblank. Iiii. Iiii. Legen wir sie zurück. Ich glaube, wir haben jetzt genug geputzt. Wow. Sehen wir uns weiter um. Wow. Seht ihr das? Seht mal da. Das Dach hat meine Lieblingsfarbe Orange. Ja. Wow. Und das ist ein wirklich wichtiges Dach. Ja. Das sind lauter Rettungswesten. Seht mal. Wow. Ja. Diese Rettungswesten sind super wichtig. Sollte man mal ins Wasser fallen, helfen sie dir zu schwimmen. Und so zieht man sie an. Hallo. Wow. Man nimmt diesen Clip. Und wenn das geschafft ist, dann kann uns nichts mehr passieren. Ja. Oh, seht. Kapitänsmützen. Wow. Einmal und zweimal. Wow. So lustig. Wow. Seht. Da ist mein Freund Kapitän Christian. Und er kümmert sich hier um alles. Ja. Das ist klasse. Äh, aber was ist ein Kapitän eigentlich? Es ist eine wichtige Aufgabe. Wir steuern das Boot. Wir sorgen für Sicherheit und dafür, dass alle eine gute Zeit haben. Ja. Klingt nach einer super tollen Aufgabe. Und eines Tages. Wenn ihr groß seid, könnt ihr auch Kapitän werden. Ja. Nun, Kapitän Christian. Es sieht ganz schön kompliziert aus, ein Boot zu steuern. So viele Knöpfe und Hebel. Ja, das sind einige. Wow. Das da drüben. Das ist ein Gashebel. Oh, cool. Drückt man diesen Hebel nach vorne, fährt das Boot los. Zieht man ihn zurück, fährt es rückwärts. Okay. Probieren wir es. Man drückt den Hebel nach vorne. Ja. Und dann fährt das Boot los. Und... So fährt das Boot rückwärts. Okay. Huh. Und das ist das Steuerrad. Das ist wirklich wichtig. Es dreht das Boot entweder nach rechts oder nach links. Wow. Versuch's mal. Ja, ich versuch's. Los geht's. Ich fühl mich fast schon wie ein Kapitän. Wuii. Oh, seht mal. Sieht fast aus wie das Lenkrad eines Autos. Nur das hier ist wirklich groß. Ist auch ein großes Boot. Wow. Und was ist das hier? Das ist der Kompass. Er sagt uns, wo Nord, Süd, Ost und West ist. Damit wir wissen, wo es lang geht. Wow. Das ist so cool. Es zeigt einem die Richtung an und wo man hin muss. Hey. Und seht, ein Mikrofon. Hallo. Hallo. Willkommen an Bord. Kapitän Blippi. So lustig. Hey. Ich bin so gespannt, ob wir heute Delfine sehen. Aber zuerst sollten wir noch mehr über Meerestiere erfahren. Ja. Wie gut, dass meine Freundin Mackenzie auch an Bord ist. Ja. Sie ist eine echte Meeresbiologin. Toll, oder? Uh. Äh, hi, Mackenzie. Hi. Mackenzie, was genau macht denn eine Meeresbiologin? Also Meeresbiologen untersuchen das Meer und versuchen es zu schützen. Uh. Was gefällt dir am besten am Meeresbiologin sein? Am besten gefällt mir daran, dass ich das Meer erforschen kann und anderen beibringen kann, wie man es beschützt, damit wir die Lebensdauer unseres Planeten verlängern können. Wow, das klingt wirklich, wirklich wichtig. Hm, hey, da wir ja mehr über Meerestiere wissen wollen, kann Mackenzie uns helfen. Ja. Okay, hier haben wir ein paar Meeresbewohner. Hm, was ist das für ein Tier? Das hier ist ein Pfeilschwanzkrebs. Das ist mein Lieblingstier von denen, die wir heute hier haben. Wow. Darf ich ihn hochheben? Klar. Ja, okay, los geht's. Aber ich werde sehr vorsichtig sein. Hallo, Mr. Pfeilschwanzkrebs. Wow. Seht mal die vielen Beine. Oh ja. Wie viele Beine hat er? Wow. Hey, lasst uns gemeinsam die Beine zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Er hat zehn Beine. Wow, das sind viele Beine. Eine Menge. Ja. Und Mackenzie, sieh mal. Sieht aus, als hätte er Seepocken auf dem Rücken. Ganz genau, er hat Seepocken auf dem Rücken. Das liegt vor allem daran, dass Seepocken sogenannte Parasiten sind, weißt du? Sie heften sich an Meerestiere, die sich sehr langsam bewegen. Eine Pfeilschwanzkrabbe ist sehr langsam, deshalb haften sehr viele Seepocken an ihnen. Aber das heißt auch, dass sie sehr gesund sind, denn wenn sich Seepocken an Tiere haften, die sich normalerweise sehr schnell bewegen, heißt das, dass diese Tiere vermutlich krank sind. Wow. Also wenn man eine Schildkröte mit Seepocken sieht, die sonst eigentlich schnell ist, dann ist sie vielleicht krank und braucht einen Arzt. Wow. Okay, nun, das ist ziemlich cool. Ich mag dich, Pfeilschwanzkrabbe. Ich lege ihn besser zurück. Bye, bye. Wow. Wow. Hey, Mackenzie, ich glaube, ich weiß, was das hier ist. Hey, hallo. Sieh mal, das ist ein Seestern. Richtig. Wow. Seht mal, wie cool der ist. Sein Rücken hat so eine grünlich-graue Farbe. Und sein Bäuchlein. Wow. Sein Bauch hat die Farbe Gelb. Wow, Mackenzie. Wow. Kitzelt ganz schön. Was sind diese kleinen Dinger hier? Das ist ihr sogenanntes Ambulakral-System. Damit können sie sich über den Meeresboden bewegen. Wow. Er hat echt ganz schön viele davon. Hier seht. Wow. Okay. Der Seestern ist ziemlich cool. Genau wie die Pfeilschwanzkrabbe. Ich lege ihn mal wieder zurück. Okay. Bye, bye, Seestern. Wow. Ich glaube, hier sind auch ein paar Muscheln drin. Wow. Eine ist genau hier. Und diese. Oh, ist ziemlich schwer. Sieht fast aus wie ein Stein. Wow. Ja. Was sind das für Muscheln? Also die hier, die ist so schwer wie ein Stein. Das ist eine Islandmuschel. Wow, Islandmuschel. Und diese hier drüben? Und das hier ist eine Kronenschnecke. Das sind zwei unterschiedliche Muschelarten, die auch zwei unterschiedlichen Klassen angehören. Diese hier hat zwei gleiche Hälften, die zusammenpassen, genau wie Hände. Legt sie aufeinander. Sie ist zweischalig. Wie bei einer Klappe. Oh, ist die hier auch zweischalig? Diese hier nicht. Nein, das hier ist ein Weichtier. Diese haben keine zwei identischen Schalen. Wow. Das ist so cool. Zweischalig. Weichtier. Und die hier sieht aus, als hätte sie eine Krone. König Blippi. Mit dem ziemlich coolen Weichtier. Lustig. Nun, das sind ziemlich coole Muscheln. Aber ich leg sie wieder zurück ins Wasser. Wow. Mackenzie, sieh mal da. Sieh dir den an. Sieht so aus, als wäre er in einer Weichtiermuschel. Aber... Genau. Das ist keine Seeschnecke. Das stimmt. Das ist ein Einsiedlerkrebs. Es gibt einen großen Unterschied zum Weichtier. Denn Weichtiere sind Schnecken und können ihr Haus selbst produzieren. Sie machen also ihre eigene Muscheln. Der Krebs leiht sich nur das Haus von ihm. Hallo, Einsiedlerkrebs. Er borgt sich sein Zuhause. Er baut es nicht selbst. Aber er ist ziemlich süß. Äh, wow. Sieht aus, als hätte er kleine Scheren. Ich will nicht gezwickt werden. Also lege ich ihn zurück. Ähm, bye bye, Mr. Einsiedlerkrebs. Bye bye. Woo. Wow, Mackenzie, sieh mal da. Das ist eine echt riesige Muschel. Was ist das für ein Tier? Diese hier nennt man Blitzschnecke. Woo. Darf ich sie halten? Aber klar doch. Okay, dann mal los. Hallo, Blitzschnecke. Wow, hey Mackenzie, ist das auch ein Weichtier? Richtig, das ist ein Weichtier. Wow, sie ist echt groß, aber sonst wie die Kleine. Und sie hat auch so ein Ding hier. Äh, was ist das hier? Das hier ist sein Fuß, aber man nennt es auch Au-Perkulum. Und es besteht komplett aus Kreatin, genauso wie deine Fingernägel. Wow, Au-Perkulum. Hm, das ist ein sehr langes Wort, aber ich nenne es den Schneckenfuß. Ja, hey. Viele dieser Meerestiere haben also auch Füße, genau wie wir. Ziemlich cool. Nun, ich lege die hier zurück ins Wasser. Wow, es war toll, so viel über diese Meeresbewohner zu erfahren. Wow, Mackenzie, was ist denn das hier? Nun, das sind Schwämme. Erkennst du zwischen ihnen einen Unterschied? Nun, dieser hier sieht neu aus. Und er ist gelb. Was ist mit dem? Also der, ähm, sieht aus wie ein Schwamm, aber ist etwas dreckig. Er ist dreckig. Den habe ich gerade gefunden, direkt hier am Strand. Sie leben genau hier in Tampa Bay. Und sie sind gut für unsere Umwelt, denn sie sind in der Lage, hunderte Liter Wasser zu filtern, jeden einzelnen Tag. Kannst du noch etwas Besonderes an diesem Schwamm entdecken? Wow, seht mal hier. Er hat so viel aus dem Wasser gefiltert. Seht, da ist eine blaue Schnur und ein Faden. Und ich glaube, da ist auch ein Stück Glas. Wow, es ist klasse, dass du den hier am Meer gefunden hast. Wow. Und der sieht aus, als wäre er gesäubert worden. Ja, genau. Wir nehmen diese Schwämme und ernten sie hier in Florida und säubern sie, damit du sie zum Duschen oder zum Abspülen verwenden kannst. Oder zum Autowaschen. Wow, Schwämme sind so cool. Vielen Dank, Mackenzie. Sehr gern. Es hat wirklich Spaß gemacht, die Meeresbewohner kennenzulernen. Und jetzt sollten ihr und ich endlich ein paar Delfine finden. Wir werden dafür sorgen, dass wir die Delfine in ihrer natürlichen Umgebung sehen. Wir wollen immer freundlich und auch respektvoll mit allen Meerestieren umgehen. Ja. Okay, ich glaube, es ist Zeit, die Segel zu setzen. Kommt mit. Ich freue mich schon so los zu segeln. Ja. Helfen wir doch Kapitän Christian beim Ablegen. Kommt mit. Hey, Kapitän Christian. Hey, Glippi. Was machst du denn? Ich mache die Leinen los, damit wir in die Bucht hinausfahren können. Ja. Ich freue mich schon riesig, die Delfine zu sehen. Nun, was ist das? Eine Klampe. Mit dem richtigen Knoten kann sich die Leine nicht lösen, egal wie viel Druck ausgeübt wird. Oh, cool. Wir öffnen den Knoten. So. Lösen ihn von der Klampe. Das war einfach. Ja, das ist die Bugleine. Bug heißt der vordere Teil des Schiffes. Und das sind die Fender, die legen wir einfach rein. So kracht das Boot nicht gegen das Dock. Okay, wow, die sind ziemlich groß. Ja, gut gemacht. Wow, geschafft. Okay, gehen wir an Bord. Okay. Kapitän Christian startet den Motor und ich halte Ausschau nach Delfinen. Ja. Oh, Stop! Oh, Stop! Wow, wir sind mit dem Boot über das Meer gefahren und haben endlich Delfine gefunden. Ja, aufgepasst. Mal sehen, wo sie sind. Wow, seht ihr die Delfine? Ja, hallo. Geschafft. Das sind Delfine. Seht, ich glaube, sie sind Freunde. Hallo, Delfine. Wow, das ist so cool. Wow, seht, sie sind ganz nah. Hallo. Sie tauchen unter das Boot. Wir haben was gefunden. Ja, das ist ein Seevogelschutzgebiet. Es heißt Bird Island, weil niemand sonst es betreten darf. Es ist nur für Vögel. Und auf dieser Insel sind echt super viele Vögel. Letztes Jahr haben dort 1500 Vögel gebrütet. Und ja, wow, ganz schön viele Vögel. Hier leben ganz unterschiedliche Vögel. Mal sehen, ob wir etwas näher rankommen. Wow, so viele Vögel. Diese Vögel hier sind wirklich schön, weil sie schicke Federn haben. Und ihre Farbe ist weiß. Diese heißen Reier. Sie bauen ihr Nest nebeneinander, damit sie sich schützen können und weil sie Freunde sind. Und seht, sie bauen ihr Nest aus unterschiedlichen Ästen und Zweigen. Darin legen sie ihre Eier. Und wenn sie fertig sind, schlüpfen sie raus und es gibt viele kleine Babyreiher. Uh, so süß. Wow. Und seht mal da. Die Vögel dort sind rosa. Und die heißen Rosa Löffler. Mal sehen, wo sie sind. Ja, und sie heißen Rosa Löffler, weil ihr Maul, der Schnabel, sehr lustig aussieht. Ganz rund, genau wie ein Löffel. Für die Suppe. Aber Rosa Löffler fressen ihr Futter mit ihrem löffelartigen Schnabel. Ja, sie fressen viele verschiedene Dinge wie Insekten, Fische und sogar Frösche. Quack. Uh. Nun, es ist echt toll, sie aus der Nähe beobachten zu können. Wow. Habt ihr gesehen? Seht, ein kleiner Babyreiher. Ja. Er sitzt unter seiner Mama. Hallo. Wow. Bird Island ist wirklich cool. Hier sind nicht nur rosa Löffler und Reiher, sondern auch Pelikane. Uh. Bisher habe ich noch keine Pelikane gesehen. Halte die Augen offen. Vielleicht finden wir noch welche. Ja. Okay. Ich beobachte die Vögel und suche weiter nach dem Pelikan. Das da drüben ist einer der Vögel, die auf Bird Island leben. Und zwar ein Pelikan. Oh, Pelikane sind ziemlich cool, weil sie bei der Geburt, sie schlüpfen ja. Also aus einem Ei, da sind sie sehr klein. So groß wie ein Baseball. Da haben sie noch keine Federn. Sieht etwas komisch aus. Aber nach einem Monat sind Pelikane schon so groß wie ein normaler Football. Und sie kriegen viele Federn. Wirklich erstaunlich. Seht her. Wow. Seht mal. Da sind sogar noch mehr coole Vögel. Ja. Seht ihr den schwarzen Vogel da drüben? Das ist ein Schlangenhalsvogel. Uh. Das Wort ist echt schwierig. Schlangenhals. Wow. Da ein Pelikan. Hallo Herr Pelikan. Nun. Der Schlangenhalsvogel ist echt toll. Genau. Denn sie tauchen ganz tief ins Wasser, um ihr Futter zu jagen. Sie mögen gern Krebse und Fische. Genau wie ein Pelikan. Das Besondere an Schlangenhalsvögeln ist, dass sie lange die Luft anhalten können. Also wenn sie unter Wasser sind, fangen sie Krebse und Fische und halten die Luft an. Ziemlich clever. Und er genießt einfach die Sonne. Hallo da drüben. Das ist ziemlich cool. Sehen wir mal, ob wir noch mehr Vögel entdecken können. Hey, ich hatte so viel Spaß mit euch. Wir haben so viel über Meerestiere gelernt. Ja. Da waren Delfine und Vögel und alle möglichen Tiere, die am Meeresboden kriechen. Ja. Und da waren sehr coole Menschen mit faszinierenden Berufen. Wie ein Kapitän oder eine Meeresbiologin. Wow. Ich hatte so viel Spaß. Die Delfine in der Natur zu sehen war klasse. Sie waren so cool. Wow. Seht mal da. Es ist Zeit für das Bubble Slap. Und heute basteln wir ein Meer in einer Flasche. Wow. Seht mal. Ganz viele Muscheln. Und kleine Tiere auch. Wenn man es schüttelt. Wupp. Wow. Sieht aus wie das Meer. Okay. Wir machen unser eigenes. Zuerst eine Wasserflasche. Und macht vorher noch die ganzen Aufkleber ab. Alles was außen ist, so können wir durchsehen. Und jetzt brauchen wir Wasser. Also, ich nehme mir eine Tasse Wasser. Fülle es ein. Wow. Wow. Seht doch mal. Puh. Sieht jetzt schon aus wie das Meer. Und wir wollen, dass es aussieht wie das echte Meer. Also müssen wir etwas blaue Lebensmittelfarbe reingeben. Nur ein Tropfen. Eins. Hm. Und vielleicht doch noch einen zweiten. Uh. Jetzt haben wir es genau richtig gemacht. Und jetzt schütten wir es in die Flasche. Aber ganz vorsichtig. Das ist etwas knifflig. Wow. Geschafft. Seht. Alles Wasser ist in der Flasche. Das ist so cool. Jetzt kommt der beste Teil. Hier sind... Muscheln und Meerestiere. Ganz verschiedene. Seht, wir haben kleine Quallen. Wir haben ein Oktopus. Sieht lustig aus. Ja, wir haben einen Krebs. Krebs rein. Ja, und auch eine Meeresschildkröte. Wow, seht sie euch an. Okay, also nehmen wir unsere Tiere und natürlich ein paar Muscheln. Sucht euch einfach die Muscheln aus, die ihr cool findet. Gut, wir nehmen eine weiße Muschel. Wow, seht diese hier. Sieht aus wie eine Spirale. Ich glaube, ich nehme noch ein paar mehr. Okay, jetzt nehmen wir die Muscheln und ab damit in die Flasche. Und jetzt die Meerestiere. Schildkröte, Oktopus, auch die Qualle. Und ein Siedlerkrebs. Bye, bye. Wenn dann alle Muscheln und Tiere drin sind, brauchen wir noch, also nur noch etwas, etwas Öl. Aber zuerst finde ich, da muss mehr Wasser rein. Mal sehen. Auf geht's. Ja, so ist es genau richtig. Jetzt kommt das Öl rein. Los geht's. Blup, 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 blup. Wow, seht. Das Öl hilft dabei, eine Menge Blasen zu machen, weil sich Öl und Wasser nicht gerne mischen. Schon fast fertig. Nur noch ein kleines bisschen. Wow. Fast fertig. Seht ihr, das sieht so toll aus. Okay, als nächstes müssen wir dafür sorgen, dass es keine Sauerei gibt. Alles soll schön sauber bleiben. Deshalb nehmen wir etwas davon. Teflonband. Und ich wickele es einfach um den Flaschenkopf. Damit kein Wasser oder Öl auslaufen kann. Dann bittet ihr einen Erwachsenen, es abzuschneiden. Ein kleiner Schnitt und jetzt noch den Deckel drauf. Und um sicher zu gehen, verwenden wir Tape. Und dieses Tape ist in meiner Lieblingsfarbe. Die Farbe Orange. Okay, wir nehmen etwas davon und wickeln es herum. Geht sicher, dass kein Öl oder Wasser rausläuft. Keine Kleckerei. Okay. Dann festdrücken. Und fertig ist das Meer in der Flasche. Wow. Am liebsten mag ich, es zu schütteln. Wow. Seht doch nur. Es sieht aus, als würden die Teile in der Flasche schwimmen. Oder super schnell im Meer. Und die Muscheln bleiben am Boden. Genau wie in echt. Das hat viel Spaß gemacht. Wir haben ein Meer gebastelt. Und wild lebende Delfine gesehen. Bird Island besucht. Haben so viele tolle Dinge getan. Und Meerestiere kennengelernt. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Hey. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Aha. Okay. B-L-I-P-P-I-Blippi. Gut gemacht. Also dann. Bis demnächst. Bye-bye. Bye. 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 Ich bin's Blippi. Und heute sind wir im Gamebridge Field House in Indianapolis, Indiana. Ich möchte heute etwas Sport machen. Hey. Wie wär's, wenn wir Basketball spielen? Ich liebe Basketball. Kommt mit. Bye. 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 Wow, hey, seht mal, wo wir sind, es ist ein Basketballplatz, ja, wow, ich freue mich heute mit euch Basketball zu spielen, ja, ich liebe Basketball, aber ich freue mich besonders, weil das kein normaler Basketballplatz ist, er ist besonders, weil hier die Indianer Fiebers üben, ja, und seht mal ihr Logo, wow, es ist so bunt, da ist die Farbe Rot, die Farbe Blau, die Farbe Weiß und die Farbe Gelb, wow, und seht ihr auch, was ich sehe, ja, ein Basketballkorb, kommt mit, wow, seht doch nur, ich glaub's nicht, dass wir so nah an einem Basketballkorb sind, auf den sonst die Indianer Fiebers werfen, oh, seht, da ist der Korb, und das Netz hängt herunter, und seht mal das Rechteck dahinter, ja, das Rechteck, man nennt das Einkorbrett, und die Angriffsuhr, wow, ich hab richtig Lust, Basketball zu spielen und Dreier zu werfen und Korbleger zu, wow, die professionelle Basketballspielerin Tamika Catchings, hi Tamika, ich bin Bibi, wow, würdest du mit mir Basketball spielen? Super gerne spiele ich mit dir. Oh, wow, das wäre so klasse, Mann, aber Tamika, müssen wir etwas beachten, bevor wir anfangen? Oh ja, wir müssen uns dehnen. Oh, okay, fangen wir mit denen an. Nun, mit welchen Übungen dehnst du dich, bevor du spielst? Nun, ich fange immer mit den Beinen an, okay, also zuerst die Beine und dann kommen die Arme dran. Beginnen wir mit einer kurzen Übung mit einer kleinen Dehnung. Wir bringen die Beine zusammen, die Füße auch, und wir beugen uns vornüber zu den Beinen und versuchen, den Boden zu berühren, so weit du kannst. Wow, seht, ich berühre meine Zehen. Und ich liebe es zu zählen, denn zählen ist so wichtig, also zählen wir bis drei. Okay, würdet ihr mit uns bis drei zählen? Okay, gehen wir es an. Eins, zwei, drei. Wow. Gut, ausschütteln, ausschütteln, okay. Wow, gut gemacht. Für das Verteidigen stellen wir uns breitbeinig auf, etwas mehr als schulterbreit. Knie beugen und die Arme strecken. Okay, und den Hintern runter. Alles klar? Bist du bereit? Bereit. Blippi, bist du bereit? Bereit. Seid ihr bereit? Los geht's. Los geht's. Wir bewegen uns seitwärts. Ich gehe ein Stück rüber und dann von hier nach hier. Auf geht's. Über die Linien. Fertig? Los. Eins. Zwei. Ein letztes Mal. Drei. Wow. Drei Mal Verteidigungsschritte. Das war klasse. Ich glaube, wir sind jetzt bereit, mehr übers Basketballspielen zu erfahren. Aber fehlt uns nicht noch was? Nun, wenn ich dich so ansehe, wir müssen uns umziehen. Bist du bereit? Das bin ich. Jetzt geht's los. Wow, Tamika, du siehst toll aus. Du aber auch. Wow. Jetzt sind wir bereit für Basketball. Wow. Was machen wir zuerst? Nun, ich denke, wir beginnen mit Dribbeln. Dann kommt das Passen und dann zum Schluss noch das Werfen. Ja. Wow. Ich liebe Werfen. Wow. Super. Ich mag deine Einstellung. Das ist super. Okay. Wie dribbelt man? Also, ich finde, das Wichtigste beim Dribbeln ist, dass wir unsere Fingerkuppen verwenden. Nicht die Handfläche. Nur die Fingerkuppen. Okay. Also, wir werden dreimal dribbeln. Mit der rechten Hand. Mit unseren Fingerkuppen. Dann geht's los. Bist du bereit? Legen wir los. Okay. Auf geht's. Eins. Zwei. Drei. Wow. Und das war die rechte Hand. Probieren wir es doch mit der linken Hand. Okay. Legen wir los. Eins. Zwei. Drei. Toll. Das war super gedribbelt. Okay. Ich mag Dribbeln. Willst du noch etwas Ausgefalleneres probieren? Ja. Probieren wir was Ausgefallenes. Okay. Dann machen wir was Schnelles. Wir machen einen Crossover. Wir behalten den Ball nicht in einer Hand, sondern geben ihn von einer zur anderen. Rechte Hand, linke Hand. Okay. Probieren wir es. Fünfmal. Fünfmal? Fünfmal. Okay. Fünfmal. Also dann bereit? Eins. Zwei. Drei. 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 Vier. Fünf. Gut gemacht, Blippi. Wow. Dribbeln macht so Spaß. Jetzt ist es Zeit fürs Passen. Ich bin bereit. Okay. Wir machen Schritt. Schritt. Prellen. Wow. Schritt und Prellen. Gut gemacht, Blippi. Wow. Das macht Spaß. Und merk dir, wenn du dribbelst oder prellst, geht der Ball eigentlich nicht direkt in die Mitte, sondern etwas weiter weg von der Mitte. Okay? Also. Okay. Wow. Jetzt zu mir. Boom. Nochmal, Blippi. Noch einer. Wow. Das macht Spaß. Du bist ja ein Profi darin. Und passen. Okay. Gehen wir es an. Schritt und Pass über den Kopf. Gut gemacht, Blippi. Wow. Das gefällt mir. Sehr gut. Was gefällt dir daran? Es macht mir Spaß. Man hat viel Kraft in den Armen mit dem Ball über dem Kopf. Genau. Man kann passen und in den Armen sind noch große Muskeln. Also das war ein Überkopfpass. Wow. Wir haben gedribbelt und gepasst. Hm. Was haben wir vergessen? Wir haben Verteidigung gemacht. Verteidigung. Werfen. Wie konnten wir das vergessen? Oh. Oh. Sieh mal einer an. Okay. Also. Ich sag immer, wenn ich in die Halle komme, beginnen wir ganz nah. Okay. Okay. Wir starten also nah am Korb. Okay. Wir schauen, ob unsere Technik stimmt. Weißt du noch, wie wir über die Fingerkuppen gesprochen haben? Mhm. Nun. Das machen wir auch beim Werfen. Okay. Also nah ans Brett. Wow. In den Kopf. Swish. Sogar ohne das Brett? Nun. Wir sind nah dran. Da geht es nur um die Technik. Okay. Damit man sie üben kann. Oh. Darf ich mal? Na klar darfst du. Okay. Ich versuch's von hier. Von der linken Seite. Also. Ich nehm die Hand so. Denk an die Fingerkuppen. Fingerkuppen? Sehr gut. Und wie soll ich den Arm halten? Im 90 Grad Winkel. Okay. Wow. Sind es 90 Grad? Ja. Dann nimmst du den anderen. Ja. Genau da. Genau wie ein L. Das war toll. Wow. Wow. Ich hab's geschafft. Nun. Gibt es denn noch andere Würfe? Hm. Weißt du, was wir machen? Einen Sprungwurf. Also. Okay. Wenn du dich da hinstellst, geh ich nach dort und wir machen einen Sprungwurf. Meistens, wenn man einen Sprungwurf macht, geht es dabei ums Springen. Natürlich. Man muss hochspringen, um ihn zu werfen. Okay. Los geht's. Okay. Zuerst ein Prostpass. Wow. Swish. Okay. Jetzt bin ich dran. Los geht's. Besser, du gehst auf diese Seite. Gut. Ich geh auf die andere Seite. Die rechte Seite. Okay. Bereit? Brustpass und dann einen Sprungwurf. Okay. Auf geht's. Wow. Wow. Oh oh. Daneben. Aber ist okay. Ich brauch einfach mehr Übung. Versuch's gleich nochmal. Okay. Ich glaube, du schaffst das. Bereit? Nächster Versuch. Auf geht's, Blippi. Feuert ihr Blippi an? Auf geht's, Blippi. Okay. Wow. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wow. Der ging rein. So lustig. Gibt es denn noch andere Würfe, die wir noch üben können? Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, weil man nicht immer von dort aus wirft. Denn manchmal, da muss man auch nah und am Korb werfen können. Mir gefällt das Aufposten in den Hakenwurf. Wow. Was ist Aufposten in den Hakenwurf? Nun, das braucht man, selbst wenn man ein größerer Spieler ist, wenn man auf einen Gegenspieler trifft. Und ich meine die fiesen Typen. Okay. Also du gehst tief, nimmst den Ball, drippelst und Hakenwurf. Heißt man, nimmt den Ball über den Kopf und wirft ihn in den Korb. Oh. Okay. Okay. Und der Ball geht in den Korb. Etwa so. Oh. Oh. Wow. Das war echt gut. Das war klasse. Und gute Verteidigung. Oh. Ich hab's versucht. Mit den Händen. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Versuch's mal. Also. Beim Hakenwurf. Was muss ich da zuerst tun? Nun, zuerst stehst du meistens mit dem Rücken zum Korb. Du schaust in diese Richtung. Sehr gut. Okay. Ich schau da hin. Und dann kommt der Ball zu dir. Wenn der Ball zu mir kommt, mach ich gerne das. Einmal dribbeln. Einmal. Vielleicht auch ein zweites Mal. Okay. Dann ein Schritt nach links. Das rechte Bein nach oben. Und dann werfen. Okay. Okay. Bist du bereit? So was von bereit. Okay. Los, Blippi. Auf geht's. Du schaffst das, Blippi. Okay. Zuerst Rücken zum Korb. Und dann dribbeln. Zweimal. Ein Schritt. Und Hakenwurf. Aber natürlich brauche ich noch mehr Übung. Gleich nochmal. Vergiss nicht. Das war dein erster Versuch. Ja. Der erste Versuch. Also, wenn's beim ersten Mal nicht klappt, ist das okay. Versucht's einfach wieder. Okay. Denk dran. Rücken zur Wand. Dribbeln. Dribbeln. Schritt. Dribbeln. Sprung. Oh. 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 Wahrscheinlich brauche ich mehr Übung als nur zweimal. Wow. Tamika, du bist eine super Basketball-Trainerin. Danke, Blippi. Nun, wir haben gedribbelt und gepasst und geworfen. Einen Korbleger gemacht. Nun, ich denke, wir können mit Spielen beginnen. Was meinst du, spielen wir Horse? Wow. Ich liebe das Spiel Horse. Kennt ihr das Spiel denn auch? Nun, das ist ein Spiel, bei dem eine Person auf den Kopf wirft. Und wenn man trifft, muss der andere den gleichen Wurf machen. Aber trifft man nicht, kriegt man einen Buchstaben. Und der erste mit dem vollen Wort verliert. Man will nicht das ganze Wort. Hey. Anstatt das Wort Horse zu buchstabieren, spielen wir doch Blippi und buchstabieren meinen Namen. Ach, weißt du, Blippi, du bist so kreativ. Das gefällt mir. Danke. Also, spielen wir. Wow. Ich habe auch nachgedacht. Du übst schon den ganzen Tag. Und du bist schon viel besser geworden. Ich glaube, du bist bereit für die große Show. Die große Show? Vergrüßen wir die heutigen Spieler. Auf der linken Seite in orange und blau, euer Prinz Blippi. Und auf der rechten Seite, hier kennen Sie alle, hier meine Gelb-Olympiasiegerin und Indiana-Pieber-Star Tamika K. Wir nehmen die rechte Hand, rechte Seite, rechter Korbleger. Okay. Wow. Okay, wir beginnen mit der rechten Seite und machen einen Korbleger. Los geht's. Wow. Ja, Blippi. Ich habe es geschafft. Okay, hier bitte. Okay, Blippi. Jetzt ist Tamika dran. Linke Seite. Diesmal ohne Rückwand. Okay. Uh, das ist etwas knifflig. Linke Seite und auch ohne Korbbrett. Ja, gut gemacht, Blippi. Noch kein Buchstabe. Spielen wir weiter. Okay, jetzt kommt ein Freiburf. Wow, was ist das? Ein Freiburf ist ein Wurf, den man während eines Spiels bekommt, wenn dich ein Gegenspieler gefoult hat. Wenn dich jemand festhält beim Werfen. Ich werfe. Nimm meinen Arm. Das ist ein Foul und ich kriege den Freiburf. Oh, oh, oh. Ich habe gefoult. Wow, swish. Tamika kann das echt gut. Okay, mal sehen, ob ich es schaffe. Ich will keinen Buchstaben kriegen. Oh, oh, oh. Daneben. Das heißt, ich kriege den Buchstaben B. Ja, Blippi. Gutes Dribbling. Du hast es wohl gekippt. Wow. Drückt mir die Daumen. Oh, oh, oh. Wieder daneben. Das heißt, ich kriege ein L. Okay, jetzt kommt Tamika. Okay, Blippi. Wir machen es etwas leichter. Danke. Es wird leichter mit dem Korbbrett. Triffst du das? Weißt du, was ein Korbbrett ist? Ja, das Korbbrett. Das ist das große Rechteck hinter dem Korb. Okay. Wow, okay. Los geht's. Gut gemacht, Blippi. Ja, geschafft. Kein Buchstabe. Uh, wie wäre es mit einem verrückten Wurf? Hm. Vielleicht hinter dem Korbbrett. Probieren wir es aus. Aber nicht, dass die Uhr kaputt geht. Oh, okay. Nicht die Uhr treffen. Wow. Nicht getroffen. Jetzt musst du zuerst. Okay. Jetzt entscheide ich, welchen Wurf wir machen. Hm. Vielleicht etwas Lustiges hinter dem Rücken. Jetzt geht's los. Wow. Oh. Wow. Geschafft. Gut gemacht, Blippi. Das war wirklich glücklich. Das war gut. Okay. Auf geht's. Oh. Ich kriege ein B. Okay. Also, Tamika hat ein B. Und ich habe ein B und ein L. Okay. Spielen wir weiter. Wow. Tamika ist richtig gut im Basketball. Okay. Wow. Schon okay. Das ist echt nicht schlimm, weil man dann einfach nochmal wirft. Aber das heißt auch, ich kriege ein I. P-P-L-I. Wie wäre es mit Unterhand? Wir gehen zur NBA-Dreierlinie. Wow. Wir machen einen Unterhandwurf. Okay. Im Oma-Stil. Okay. Bereit? Bereit. Los geht's. Oh. Etwas zu hoch. Okay. Jetzt versuche ich denselben Wurf. Aber er ist ziemlich schwer. Oh. Wow. Hey. Geschafft. Vielleicht machen wir noch einen viel größeren Wurf. Wow. Vielleicht können wir von der Mitte des Feldes aus einen wirklich langen Wurf machen. Das gefällt mir. Okay. Gehen wir zurück. Los geht's. Auf geht's, Blippi. Uah. Ups. Daneben. Dieser Wurf ist super knifflig. Bereit? Bereit. Wow. 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 Gut gemacht. Du wirst immer besser. Ziemlich gut. Aber du bist auch eine gute Trainerin. Oh nein. Oh oh. Ich habe ein B, L. Ein B, L. Und ich habe ein B, L, I. Uh. Fast aufgeholt. Fast. Jetzt kommt der rechtshändige Hakenwurf. Okay. Ein rechtshändiger Hakenwurf. Wow. Aber einen Pass von Boomer. Soll Boomer passen? Ja. Lassen wir Boomer passen. Okay, Boomer. Ich stehe frei. Okay. Ja, geschafft. Tamika hat es geschafft. Okay. Jetzt kriege ich einen Pass von Boomer. Rücken zum Korb. Zum Korb. Wow. Der sah ein bisschen anders aus als mein Wurf. Oh nein. Ich habe was vergessen. War das ein Hakenwurf? Nein. Jetzt kriege ich einen Buchstaben. Ich gebe dir noch eine Chance. Oh, noch eine Chance? Ja. Das ist nett von dir. Danke. Kummeln. Okay. Oh. Wisst ihr noch, welchen Wurf ich machen muss? Einen Hakenwurf. Okay. Los geht's. Wow. Oh. Aber nah dran. Aber trotzdem ein Buchstabe. B. 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 I. P. Hinter dem Korbbrett. Versuchen wir es. Hinter dem Korbbrett. Ich glaube, das funktioniert. Bestimmt. Ja. Wow. Habt ihr das gesehen? Wow. Okay. Jetzt bin ich dran. Oh. Oh. Wieder daneben. Das heißt, noch ein Buchstabe. P. Schon wieder. B. L. I. P. P. Nur noch ein Buchstabe. Spielen wir weiter. Wow. Das war toll. Okay. Jetzt ich. Genau. Auf geht's. Blippi. Oh. Oh. Noch ein Buchstabe. Und das bedeutet? B. L. P. P. I. Tamika gewinnt. Wow. Nun, ich glaube, du bist ganz schön fertig. Du schnitzt ja. Du brauchst jetzt eine kleine Trinkpause. Ja. Machen wir eine Trinkpause und trinken Wasser. Bis gleich. Wow. Basketball spielen macht echt viel Spaß und ganz schön müde. Du kannst echt gut spielen. Du spielst bestimmt schon sehr lange, oder? Nun, man braucht eine Menge Übung. Wann hast du angefangen? Ich spiele Basketball seit der dritten Klasse. Wow. Aber Basketball begleitet mich schon immer, weil mein Vater in der NBA war. Dein Vater war Basketballer? Das klingt nach Spaß. Mein Vater, mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter und ich. Wow. So klasse. Wie bist du zum Basketball gekommen? Einer der Hauptgründe, warum ich Sportlerin geworden bin, ist, dass ich mit einer Hörschwäche geboren bin. Ich trage ein Hörgerät. Als ich noch jünger war, wurde ich oft gehänselt. Und also habe ich mit Sport angefangen und so lange geübt, bis ich sehr gut darin war und mich niemand mehr geärgert hat. Wow. Das ist toll. Und wirklich inspirierend. Ja, ich finde es wichtig, eine Leidenschaft zu haben. Basketball ist meine und ich weiß, dass ihr alle eine Leidenschaft habt. Stimmt's? Nun, ich habe auch eine. Ich liebe tanzen. Oh, und ich habe noch eine Frage. Wenn ich im Basketball besser werden will oder vielleicht wollt ihr ja ein professioneller Basketballer werden, hast du einen Rat für uns? Ich habe ganz viele davon. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, ein Ziel zu haben. Und wenn du ein Ziel hast, musst du üben, 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 bis du müde bist. Aber noch viel wichtiger sind gute Noten in der Schule. Oh, das klingt sehr wichtig. Hm, gute Noten, viel Übung und ein Ziel. Wisst ihr, was ein Ziel ist? Ja, ein Ziel ist etwas, das man erreichen will. Und dann arbeitet man daran, um es zu schaffen. Wow. Nun, ich hatte sehr viel Spaß beim Basketballspielen und Üben mit dir. Aber weißt du, welcher Sport auch noch total viel Spaß macht? Hm, tanzen. Hey, Tamika, würdest du wie ich gerne tanzen lernen? Nun, Blippi, ich weiß nicht. Du bist so gut. Aber ich werde mein Bestes geben. Okay, klingt gut. Lernen wir zu tanzen. Wow. Okay. Das Erste, das man wissen muss, um wie ich zu tanzen, ist, man muss sich aufwärmen. Also bewegt euch. Oh, oh. Etwas dehnen. Oh, aber das haben wir ja schon getan. Also sind wir bereit fürs Tanzen. Wow. Das Zweite ist, du bewegst deinen Körper einfach, wie du willst. Oder du machst Tanzbewegungen. Kennt ihr Wackelarme? Oder weil wir Basketball spielen. Dribbelarme. Wow. 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 Ich dribble Basketbälle. Wow, so cool. Bist du bereit, richtig zu tanzen? Ich bin immer bereit. Wow. Zeit zu tanzen. Wow. Das hat so viel Spaß gemacht. Gut gemacht, Tamika. Danke, Philippi. Bin ich fertig. Das bin ich auch. Ich hatte heute echt viel Spaß. Den hatte ich auch. Danke, dass du mir so viel über Basketball beigebracht hast und mich trainiert hast. Oh, ich bin sehr gerührt. Ich werde gleich ganz rot. Brauchst du nicht. Nun, wie wäre es mit einem letzten Wurf? Bist du bereit? Bereit. Okay, dann los. Okay. Oh, ich glaube es nicht. Wir haben Basketball gespielt mit Tamika Catchings. Und es war ein echt toller Tag. Mit all den Dehnen und den Übungen. Das war sehr gesund. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingibt. Hey. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Toll. B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Nun, wir sehen uns. Wow. Wow. Hey. Ich bin's, Blippi. Und heute sind wir bei Sun Buggy Fun Rentals in Las Vegas, Nevada. Ich bin so aufgeregt, weil wir heute viel über verschiedene Fahrzeuge lernen werden. Die sind sehr, sehr schnell. Und wenn wir Glück haben, dürfen wir vielleicht mit einem fahren. Yeah. Kommt mit. Gehen wir auf Entdeckerjagd. Wow, seht euch das an. Wie geht's, Blippi? Hi, wie ist dein Name? Ich bin Matt. Freut mich sehr. Oh, freut mich sehr, Matt. Wow. An was für einem Fahrzeug arbeitest du gerade? Das hier ist ein Strandbuggy. Uhu, ein Strandbuggy. Oh, warum heißt der so? Wir designen diese Fahrzeuge speziell für Sanddünen. Für Hügel, Huckel und sogar Sprünge. Wow. Ich liebe Hügel, Huckel und Sprünge. Dieses Auto ist ja klasse. Wow. Und seht mal da. Es hat riesengroße Reifen und Felgen. Ja. Habt ihr gesehen? Dieser Reifen hat ein sehr großes Profil. So gräbt es sich in den Sand und fährt sehr schnell über Hügel, Huckel und Hindernisse. Und es hat Stoßdämpfer. Wow. Hey, seht mal da. Es hat auch noch meine Lieblingsfarbe. Eine meiner zwei Lieblingsfarben. Orange. Äh, aber Matt, das hier sieht anders als ein normales Auto aus. Ich kann ihn durchsehen. Ja, wir bauen es so, damit der Überrollkäfig dich schützt und man Spaß hat. Es ist gut, geschützt zu sein, wenn man Spaß hat. Wow. Und seht mal das. Da ist der Motor. Wow. Er ist so groß. Scheint, als wäre der Strandbuggy ziemlich schnell. Sie fahren über 50 Kilometer pro Stunde im Sand. Wow. 50 Kilometer pro Stunde im Sand. Ganz schön schnell. Nun, ich wünschte, ich könnte mal mit so einem Buggy fahren. Nun, sollen wir rausfahren und es probieren? Wirklich? Das wäre spitze. Wow. Seht euch das an. Es ist so groß und ziemlich sandig und sonnig. Matt, wo sind wir denn? In der Mojave-Wüste. Wow. Die Mojave-Wüste? Klasse. Es ist auf jeden Fall sandig. Und es sieht nach sehr vielen Sandhügeln aus. Und als wäre hier wirklich überall Sand. Ja, die nennt man Sanddünen. Wow. Sanddünen. Und hat die jemand gemacht? Nein. Reine Natur. Wind und Sand. Wow. Das ist so cool. Wartet mal. Sanddüne? Strandbuggy? Werden wir auf den Sanddünen rumfahren? Genau das. Klasse. Ich freue mich schon so auf der Sanddüne zu fahren. Und auf den Strandbuggy. Wee, 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 wee. Wow. Seht euch das an. Seht mal all die Autos. Hey. Den hier kenne ich. Es ist ein Strandbuggy. Aber Matt, was ist denn das da drüben für ein Auto? Das da drüben? Ja. Das ist ein UTV, ein Geländewagen. Wow. Ein UTV. Super. Es ist so ähnlich wie ein Strandbuggy und hat vier Reifen. Eins, zwei, drei, vier. Aber man sieht nicht hindurch. Und es sieht auch ein wenig anders aus. Außerdem hat es so was. Wie heißt das? Überholkäfig. Wie beim Strandbuggy. Oh, cool. Überrollkäfig, damit man geschützt ist. Aber Matt, was ist das hier? Ein Kofferraum? Das ist eine Lagerfläche. Wow. Das ist echt praktisch. Also, ich schätze, wenn man eine Farm hat und was transportieren muss, tut man es da rein. Genau. Ziemlich cool. Wow. Hey, und seht mal da, da drüben ist noch ein Auto. Wow. Das Fahrzeug hier ist ein Quad, ein kleiner Geländewagen. Also, ein Quad. Ein Geländewagen. Klasse. Wow. Der ist ein bisschen kleiner als die anderen, oder? Mhm. Es sieht super schnell aus. Es hat vier Reifen. Aber Matt, es hat gar kein Lenkrad. Kein Lenkrad. Das nennt man Lenkstange. Wow. Wie bei einem Motorrad oder Fahrrad. Das sieht nach viel Spaß aus. Aber ich will lieber mit dem Strandbuggy fahren. Außerdem freue ich mich darauf, weil es eine meiner Lieblingsfarben hat. Orange. Okay, Matt. Ich denke, ich bin fast bereit fürs Fahren. Aber was muss ich noch wissen, bevor ich mit dem Strandbuggy fahre? Die oberste Regel beim Strandbuggy fahren ist Sicherheit. Sicherheit geht vor. Okay. Ich will natürlich sicher sein. Also, was ist das Erste, das ich wissen muss? Wir setzen dich gleich in den Buggy und legen dir die Sicherheitsgurte an. Okay, dann mal los. Okay, erstmal legen wir dir die Sicherheitsgurte an. Klasse. Gut. Und diese Schnalle hier verbindet die beiden Gurte. Wow. Sehr gut. Alles fest. Was kommt als nächstes? Jetzt befestigen wir dir die Handschlaufen. Okay. Die sorgen dafür, dass deine Hände immer im Wagen bleiben. Okay. Bitte sehr. Toll. Okay. Und wie fahre ich jetzt den Strandbuggy? Dieser Buggy fährt mit Automatik. Wie ein Auto. Uh, wo kommt der Schlüssel rein? Es gibt keinen. Du hast nur einen Schalter und einen Knopf. Okay. Wenn du bereit bist, Schalter hoch und Knopf drücken und dann geht's los. Okay. Legen wir los. Zuerst bekommst du noch einen Helm. Okay. Ich zieh den Helm auf. Wow. Okay. Helm ist an. Sehr gut. Sieh zu, dass der Helm fest sitzt. Fest anziehen. Und hier durch. Perfekt. Und Schutzbrille. Okay. Die Schutzbrille brauche ich, damit kein Sand in meine Augen kommt. Scheint, als wäre ich jetzt bereit. Okay. Viel Spaß, Blippi. Juhu. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung. BR 2018 Wow, das war klasse! Gut gemacht! Ja! Möchtest du jetzt das Quad ausprobieren? Ja, sehr gern! Los geht's! Okay, also der hier lässt sich viel einfacher als der Buggy starten. Der Schlüssel ist da drüben, siehst du? Dreh den Schlüssel doch jetzt mal bitte um. Okay. Ist da an? Okay, und jetzt drückst du mit dem Daumen auf den Knopf bitte. Diese hier? Ja. Okay. Uh, wo ist das Gaspedal? Also, da beim Daumen ist das Gaspedal. Okay, jetzt geht's los! Dreh los! Der Untertitelung des ZDF, 2020 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 Den ganzen Tag, die ganze Nacht Du weißt, wie's funktioniert, so ein Gefährt Tritt aufs Pedal, damit es schneller fährt Doch flottier was auf und du ziehst Gefahr Und bremst schnell, das ist doch klar Alles gut, alles okay Stets nach beiden Seiten sehen Eine Hand auf eins, eine Hand auf neun Lass ne Runde drehen, das wird mich freuen Tritt aufs Gas, tritt aufs Gas Bremst danach, bremst danach Hör den Motor, hör den Motor Und dann fahne acht Ja, dann fahne acht Nimm das Steuer, nimm das Steuer Halt es fest, mit Bedacht Dreh den Buggy, dreh den Buggy Den ganzen Tag, die ganze Nacht Ja, ich habe hier Spiegel überall Ich seh nah und fern, auf jeden Fall Ist ganz wichtig, falls ich bremsen muss Oder beim Überholen von nem Bus Alles gut, alles okay Jeder so, wie's ihm gefällt Eine Hand auf zwei, eine Hand auf zehn Du weißt, wie's geht, lass ne Runde drehen Tritt aufs Gas, tritt aufs Gas Bremst danach, bremst danach Hör den Motor, hör den Motor Und dann fahne acht Ja, dann fahne acht Nimm das Steuer, nimm das Steuer Halt es fest, mit Bedacht Dreh den Buggy, dreh den Buggy Den ganzen Tag, die ganze Nacht Das war eine tolle Fahrt Wow, das war Wahnsinn Ich hatte so viel Spaß mit euch Hier bei Sun Buggy in Las Vegas, Nevada Und wir haben so viel gelernt Zum Beispiel über Quartz UTVs und Strand Buggys Nun, das ist das Ende dieses Videos Aber noch viele andere meiner Videos Findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingibt Hey, buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Okay B-L-I-P-P-I Blippi, gut gemacht Nun, bis demnächst Los geht's Hey, ich bin's, Blippi Heute werden wir Flamingos Und einige besondere Tiere kennenlernen Die Botschaftertiere genannt werden Sehen wir sie uns an So much to learn about It'll make you wanna shout Blippi Wuhu Hey, ich bin's, Blippi Und seht mal, wo ich heute bin Heute bin ich im Woodland Park Zoo In Seattle, Washington Wart ihr auch schon mal im Zoo? Ja, das ist so toll Man kann große Tiere Kleine Tiere Und sogar Insekten beobachten Yeah Ich bin so aufgeregt Los geht's Wow, und schon sind wir mitten im Gehege Das ist so cool Wow, seht mal hier Uh, sieht aus wie eine Menge Tierfutter Yum Okay, ich leg das wieder hier hin Wow Und das, das ist für das Tier das richtige Futter Ja, das frisst es hier sogar täglich Hey, seht mal da Seht ihr diesen Kübel hier? Ja Und da schütten wir jetzt dieses Pulver rein Rühren noch ein bisschen um Und das ist, was das Tier jeden Tag am liebsten frisst Okay, ich lege das mal wieder hier hin Hey, habt ihr gesehen, was da auf dem Boden liegt? Wow Das ist eine Feder Die muss von dem Tier sein, das hier im Gehege lebt Hm, eine Feder Vögel haben Federn Und seht ihr? Das ist die Farbe Pink Wow Wisst ihr, welches Tier oder Vogel die Farbe Pink hat? Ja, Flamingos Okay, ich lege die Feder vorsichtig zur Seite Und dann schnapp ich mir die Snacks Und los, sehen wir, ob wir Flamingos finden Oh, hey, da ist John Hey Oh, hi, Blippi Wie geht's dir? Gut, willkommen im Flamingo-Gehege Danke, was machst du da? Ach, ich räche nur die Federn Und da sind unsere Flamingos Oh, seht ihr die Flamingos? Wow Kann ich mal hingehen und sie mir näher ansehen? Klar, geh nur hin Okay, wow Hey, lasst sie uns mal genauer ansehen Oh, hallo Flamingos Hey Wow, diese Flamingos sind so hübsch Wow, wusstet ihr, dass wenn Flamingos geboren werden, dass sie ganz weiß sind? Ja, grau Ja, weißlich grau Und dann, wenn sie älter werden, bekommen sie die Farbe Pink Weil ihr Futter rosa Farbpigmente enthält und das färbt ihr Gefieder Pink Wow, das ist so cool Habt ihr gesehen, wie lang ihre Beine sind? Wow, die sind echt lang Bei einem ausgewachsenen Flamingo sind die Beine länger als der Rest des gesamten Körpers Wow, das ist echt verrückt Hey, ist euch schon aufgefallen, wie sie ihre Beine beugen? Seht ihr? Ja, bei uns Menschen beugen sich die Knie nach vorne Bei den Flamingos beugen sie sich andersrum Ihr denkt bestimmt Wow, das sind aber flexible Knie Aber hey, ich verrate euch noch etwas Cooles Seht ihr diese kleine Stelle da? Genau in der Mitte des Beines? Ihr denkt, das ist das Knie? Das ist tatsächlich nicht das Knie, sondern der Knöchel Wow, das ist verrückt Okay, ich denke, wir geben ein bisschen Futter da ins Wasser Und sehen, ob die Flamingos kommen Okay Okay, und los Das ist die Botschafter-Tiere-Show Wow, und noch ein cooles Tier Hier ist es fantastisch Hey, wie heißt du denn? Ich bin Susi Oh, freut mich, und wer ist das? Das ist Harry Und Harry ist ein gestreiftes Stinktier Ein gestreiftes Stinktier? Ja, ich sehe die Farben schwarz und weiß Aber warum sind sie denn gestreift? Diese Streifen zeigen den Raubtieren in der Umgebung, dass es ein Stinktier ist Und wenn das Raubtier schon einmal von einem Stinktier besprüht wurde, wird es den Gestank ganz sicher nicht vergessen Oh klar, äh, warte mal kurz, du hast gestank gesagt, versprühen Stinktiere nicht ein Sekret mit ihrem Hinterteil? Ganz richtig, ja, das ist ein echt starker Geruch Den kann man nicht verwechseln, den kann man nicht verwechseln, wenn man ihn zum ersten Mal riecht und erst recht nicht, wenn man angesprüht wurde Ja, und warum versprühen Sie das? Das ist ihre Art sich zu verteidigen Also wenn sich das Stinktier bedroht fühlt, würde es sich bemerkbar machen mit kleinen Vorwärtsstößen oder einem Handstand Und das zeigt, hey, leg dich nicht mit mir an Ich kann noch mehr als das Und wenn das Raubtier trotzdem näher kommt, wird es besprüht Oh, klingt so, als mache Harry Gymnastik mit seinem Handstand Das ist witzig Was frisst Harry? Heute gibt es für ihn Insekten Er mag Käfer, er mag Gemüse, Früchte und manchmal auch Fleisch Wow, Harry ist so cool Ich liebe Stinktiere Wow, seht mal da Noch so ein süßes Tier, seht Wow, das ist Eduardo Hallo Eduardo Wow, Eduardo ist ein Drei-Binden-Gürteltier Wow, sieht so aus, als frisst er gerade Insekten Die sehen so lecker aus Für ihn Ich habe sogar die Erlaubnis bekommen, da reinzugehen Aber vermutlich wird er meine Schuhe interessanter finden als mich Das liegt am Geruch Also, dann gehe ich mal rein und sage ihm Hallo Hallo Hey, wie geht's dir? Wow, seht ihn euch an Er hat einen ganz harten Panzer Ja, das Drei-Binden-Gürteltier kann sich sogar komplett zusammenrollen Dann sieht es aus wie ein kleiner Ball Aber das macht es jetzt nicht Denn das ist ein Verteidigungs-Mechanismus Ja, er scheint sich gerade echt wohl zu fühlen Hallo Seht ihr, wie er herumschnuppert? Oh, er ist so niedlich Und seht mal, wie lang seine Krallen sind Und seht euch die kleinen Härchen unten an Haha, ganz schön flinkes Kerlchen Wow, seht mal da, das, das ist ein Falke Moment, wer bist du? Mein Name ist Lindsay und ich bin Tierpflegerin hier im Zoo Wow, wie, wie heißt der Falke hier? Das ist Sisko, er ist ein 32 Jahre alter Harris-Falke Wow, Sisko ist so hübsch Ja Wow, ich mag die Flügel Sind das eher große Flügel oder eher kleine oder? Er hat große, breite Schwingen, die sich gut für den Segelflug eignen Aber nicht für einen Sturzflug Oh, wow Leben sie im Schwarm oder allein? Harris-Falken sind ganz besondere Tiere Denn sie leben in Familiengruppen mit anderen Falken Die meisten Raubvögel leben allerdings allein Oh, wow Ich mag auch Sisko's Augen Was ist das Besondere an ihnen? Harris-Falken und andere Raubvögel können extrem gut sehen Das ist so cool Und ich mag seinen Schnabel Seht mal, der ist so und so scharf Darf ich ihn mir näher ansehen? Klar Wow Seht euch Sisko an Wow Wow Majestätisch Wow Hey Sisko Wow Wow Noch ein fantastisches Tier Wow Das ist ein Kaninchen-Kauz Wow Wie heißt der denn? Das ist Papu Oh, schön dich kennenzulernen, Papu Ich bin Blippi Seht ihr Papus Augen? Die sind echt groß und gelb Heißt das, dass sie damit gut sehen können? Ja, Käuze haben auch sehr gute Augen Wow Eigentlich ist er ja sehr klein Ist er noch ein Baby? Nein, Papu ist schon ausgewachsen Wow Ist er so wie andere Käuze und fliegt nachts herum, um Futter zu suchen? Also andere Käuze sind nachtaktiv, also sind sie nachts wach Aber Papu ist tagaktiv, also schläft er nachts Wow Das ist so cool Und Papu ist so süß Wow Ich würde ihn so gerne streicheln, den Süßen Aber das mag er nicht Darf ich mal näher ran? Klar Wow Wow Seht mal da Das ist Anahi Ja, sie ist so hübsch Wow Seht mal, wie sie die Zunge ausstreckt Ja, das macht sie erstaunlicherweise, um zu riechen Ist das nicht verrückt? Wir nutzen dafür unsere Nase Und sie nutzt ihre Zunge zum Riechen Ja Und sie ist eine Rotschwanz-Boa-Konstriktor Wow Seht mal, wie sie da gemütlich auf dem Ast liegt Hallo Wow Ich hoffe, sie hat einen tollen Tag Ja Wow, sie ist so groß Im Moment ist sie etwa sieben Fuß lang Ja, das entspricht 2,3 Metern Länge Und sie wird sogar noch, noch größer Sie wird sogar größer als das Wow Yeah Sie kann in etwa 12 Fuß lang werden Das entspricht 4 Metern Länge Wow Das ist so cool Wow Seht doch hier Das ist Blue Und Blue ist ein Blauzungenskink Sie sieht aus wie eine Schlange, oder? Ja, eine Schlange mit Beinen Ist sie aber nicht Sie ist nämlich eine Eidechse Wow Sie sieht so cool aus Wow Und seht ihr die Zunge? Ja Sie hat die Farbe Blau Das ergibt Sinn Ich wette, Raubtiere könnten denken, dass die Zunge giftig ist Ja Und könnt ihr ihre Ohren sehen? Wow Ich wette, sie hört richtig gut Aha Wow Hey Wie geht's dir? Hast du einen schönen Tag, ja? Haha Wow Wow Das ist Pharao und das ist Kairo Wow Seht sie euch an? Hey Sie sind ägyptische Schildkröten Wenn ich Schildkröte höre, denke ich an ein großes Tier Aber die hier sind tatsächlich schon ausgewachsen Wow Wo wollt ihr denn hin? Vielleicht haben sie ja Hunger Haha Sie leben eigentlich in der Wüste Ja Wow Das ergibt Sinn Es sind ja ägyptische Schildkröten Wow Seht Sie folgen einander Wow Das sieht lustig aus Haha Wow Hallo Pinguin Hey Habt ihr das gesehen? Das war ein süßer Pinguin Wow Hat das nicht so viel Spaß gemacht im Woodland Park Zoo in Seattle, Washington heute? Yeah Ich hatte richtig viel Spaß, diese tollen Tiere zu besuchen Hey Was ist euer Lieblingstier denn? Wow So ein schönes Tier Nun Das ist das Ende dieses Videos Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I-Blippi Gut gemacht Okay Bis demnächst Bye Bye Blippi Blippi Come on everyone Let's make learning fun Blippi Blippi So much to learn about It'll make you want to shout Blippi Blippi